Hallo, Lenny. Hallo, Marius. Eigentlich sollten wir heute hier zu dritt sitzen. Und ja, einer fehlt, und zwar Alper. Wo ist denn der? Wo ist Alper? Hier ist es sein ... Okay. Ähm, für alle, die zuhören. Ist jetzt interessant. Ähm, der Alper ist gerade reingekommen. Aber nicht nur irgendwie ... ... hat sich ein ... ... Schottenrock umgeworfen. Ist das schon kulturelle Aneignung? Wow, also da muss ich viel aufpassen jetzt so, dass man hier nicht zwischen dem Schottenrock gucken kann. Eine Erklärung dazu für alle, die zuhören. Ich trage ein Kilt, ein Schottenrock. Ja? Eine Erklärung dazu. Ich habe vor ein paar Wochen in einem Podcast gesagt, das war allerdings mit Jonas und Xenia. Das heißt, ihr seid völlig überrascht gerade. Ja, wirklich. Ich bin so, okay, Alper, er ist vorbei. Wobei das eher zeigt, dass ihr die anderen Podcasts nicht hört. Ich hörte von der Kilt-Diskussion. Und in den Kommentaren war auch was dazu. Ja. Ich habe im Podcast gesagt, dass ich eigentlich schon immer irgendwie davon geträumt habe, in meiner Freizeit ein Kilt zu tragen. Mhm. Und dass ich mir einfach nicht traue, dass das nicht passt eigentlich. Und ich bin ja auch kein Schott. Also das muss ja auch gerade mal klar gesagt werden. Und dann hat mir der liebe Markus einen äußerst netten Brief geschrieben und mir einfach ein Kilt geschickt. Nein. Nein, oh mein Gott. Ein Zuschauer von uns. Absoluter Ehrenmann. Wirklich. Ja, aber natürlich stellt sich dann nur noch eine Frage. Bin ich nackt darunter? Das ist, glaube ich, so ein Klischee, glaube ich. Also es gab bei der EM so eine Live-Schalte, wo so schottische Fans vor einem Spiel befragt wurden in der Stadt. Und die waren auch schon sehr angeheitert. Ja. Und da waren dann so drei Schotten, die befragt wurden. Und ein Typ reißt halt seinem Freund den Schottenrock hoch und er war da drunter nackt. Ja. Und der hat dann im Fernsehen dann ja, ne, seine, hier, ne, seine ganze Pracht präsentiert. Ja. Lümmelände. Das lasse ich jetzt, äh, das ist jetzt ein Mysterium für alle Leute da draußen, damit die, äh, die, die Audience-Pretention steigt. Das heißt, damit alle Leute jede Sekunde dieses Videos gucken, für den Fall, dass der Rock so ein bisschen nach oben geht. Blitzer. Aber wie ist das Tragegefühl? Äh, ja, sehr gemütlich. Ich muss dazu sagen, dieser Kilt ist ein bisschen, also ein bisschen sehr zu groß. Okay. Das ist keine Kritik an Markus. Absoluter Ehrenmann, was für ein toller, toller Typ. Ähm, aber er ist so ein bisschen zu groß. Also ich kann ihn nur auch, deswegen habe ich den so festgehalten, als ich hier langgegangen bin, weil sonst wäre der so straight up runtergerutscht. Aber ich fand wirklich so, äh, das war ein Auftritt, ne? Nach GNTM-Manier würde ich dir auf jeden Fall, ein Foto geben, so dieses, also Wolfgang Job wäre begeistert gewesen. Also mein Selbstbewusstsein war aber nicht da. Ich habe ein bisschen mehr Gelächter erhofft. Nein. Ich war so satt so sehr so. Oh mein Gott, er macht das nicht wirklich. Hä, nein. Um Gottes Willen, nein. Ich war nur sehr perplex, weil, wie gesagt, ich habe halt den Podcast ja anscheinend nicht gehört und wusste nicht, was abgeht. Aber das, äh, das Tagefond kommt vor, ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich hatte auch mal einen Rock an, tatsächlich. Und zwar in Griechenland, da war ich in einem Kloster. Und da musste man, äh, auch so einen Rock anziehen, tatsächlich. Ja, sehr schön. Und das war sehr bequem, ne? Das ist sehr bequem. Gerade so im Sommer. Da habe ich mal geguckt, ey, für den Sommer. Aber es gibt für, es gibt keine coolen, so zu kaufen. Also, wo ich sage... So Herrenröcke. Ja, also da gibt es irgendwie sehr, 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 so weite Sachen. Ich denke mir so, nee, aber irgendwas Bequemes, so. Ich wollte halt keinen Schottenmarkt an sich kaufen, weil ich wollte halt so was Schlichteres. Denke ich so, nee, aber, gab's nicht, aber. Vielleicht haben wir einen schattischen Zuschauer oder eine Zuschauerin da draußen. Sorry, dass ich mir eure Kultur so anhängte. Das Muster steht doch auch immer für einen bestimmten Clan. Jetzt so die Frage, ist das jetzt so der... Wer bin ich? Hast du jetzt irgendwas Verwerfliches einfach so an? Ich bin vom Clan der McGraths. Nicht McRibs? McGribs ist noch besser. Oh Gott. Sehr gut. Alper vom Hause, aus dem Hause McRib. Finde ich sehr, sehr stark. Finde ich auch stark. Ja, aber nee, ist auf jeden Fall gemütlich. Wenn wir gleich in das Intro reingehen, will ich aber auf jeden Fall mal ganz kurz in die Kamera gucken, ob das nicht zu enttönt ist. Ja, nein, nein, um Gottes willen. Ich glaube nicht. Wer sind wir? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Was haben wir heute mitgebracht? Ich finde, wir haben zwei riesige Themen, weil diese Woche zwei große, große Serien zu Ende gehen. Und ich bin heute Morgen um sechs aufgestanden, weil wir nehmen übrigens diesen Podcast ganz früh auf, um die letzte Folge von einer dieser Serien zu gucken, die heute Morgen rausgekommen ist. Irgendwann in der Nacht um drei oder so was ist die in Deutschland gestartet. Ich glaube, immer um drei oder so, ich bin mir nicht sicher. Ja, eine Serie, von der ich jede Folge jetzt gesehen habe, die ich auch schon mal kritisiert habe auf unserem Kanal, als ich erst die ersten vier Folgen gesehen habe. Und ich muss zugeben, an meiner Meinung zu der Serie hat sich nicht so viel getan. Aber sie ist ein bisschen nach oben gegangen. Die Rede ist von The Acolyte, der Star Wars-Serie. Weil es einen heißen Antagonisten gibt. Ja, ey, Manny Jacinto ist meiner Meinung nach, also mit Master Soul, also, sorry, wie hieß der? Ich habe mir extra aufgeschrieben, Lee Jung Jae, der aus Squid Game der Darsteller. Ich finde, die beiden tragen das Ganze so hart. Also, ich finde beide super. Also, ich mag Kimia total als das Schauspiel von Manny Jacinto. Das finde ich unglaublich stark. Und Master Soul ist, glaube ich, bei allen so ein absoluter Sympathieträger. Aber ich würde vorschlagen, sollen wir mit The Acolyte anfangen? Können wir gerne machen. Bring mir The Acolyte. Verkauft mir The Acolyte, denn ich habe mir davon nichts reingezogen. Du hast dir nichts davon gezogen? Nein, ich habe mir davon noch gar nichts reingezogen. Irgendwie habe ich mich sehr viel abgeschreckt. War das so woke, ne? Nee, nicht woke, aber die haben mich in letzter Zeit alle enttäuscht. Ich warte eigentlich nur auf Endor Staffel 2. Deswegen habe ich meine Zeit mit anderen verbracht. Lenny hat es gerade Acolyte gesagt, während Acolyte wirklich auf der Straße liegt. Scheiße. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin leider nicht so gut wie die Hater von dieser Serie. Die lassen sich alles gute Echtworte, also echt gute Wortspiele einfallen. Wie sieht es aus? Ich würde vorschlagen, dass wir so ein bisschen spoilern. Also jetzt nicht wirklich über das Ende-Ende reden und nicht das Hart-Spoilern, aber ich glaube, so kleinere Spoiler könnten hier vorkommen. Also wir legen es nicht darauf an, aber deswegen eine Warnung, die hier gerade ausgesprochen wird. Für alle, die eventuell, es macht ja auch Sinn, damit zu warten und jetzt die Serie vielleicht einmal durchzubingen. Ja, das stimmt. Jetzt ist es raus. Also erstmal, es geht um, ja worum geht es? Es geht um eine junge Frau, die als Mechanikerin auf einem Schiff arbeitet und sich herausstellt, dass sie aus einer sehr illustren Gemeinschaft kommt, einer Gemeinschaft von Hexen, von einem eigentlich verlassen oder, einer, äh, wie heißt denn das, unbewohnt gedachten Planeten, namens Brandoc heißt der, glaube ich. Und die, dort wird die Macht angewandt. Wir sind übrigens in der Hohen Republik, in der High Republic, in der es sehr viele Jedi gibt, die die Nutzung der Macht sehr genau kontrollieren. Und eines Tages kommen Jedi um und werden auf mysteriöse Weise getötet. Und irgendwie spielt halt diese junge Frau da mit hinein, weil, ähm, die Täterin genauso aussieht wie sie, aber eventuell sie nicht ist. Jetzt könnte das nur sein. Es ist halt, es ist halt wirklich so, so Crime-Mystery teilweise. Ja. Gerade zu Beginn. Wie, wie, okay, Lenny, ich fang mal so an. Wir waren, also ich war ja eher negativ in meiner Kritik. Du warst damals noch deutlich positiver gestimmt, was diese Serie angeht. Hat sich das geändert oder ist es so geblieben? Ähm, es geht in beide Richtungen. Also, ich hab die Serie auch noch nicht, mir fehlen noch zwei Folgen. Das heißt, ich bin im Gegensatz zu dir nicht durch. Ich kann das Ende dementsprechend auch nicht bewerten. Deswegen, ein bisschen bei mir ist es hier, ne? Keine hundertprozentige Meinung. Keine hundertprozentige abschließende Meinung. Aber ich finde, ist die Serie schon. Also, ich hab dann auch noch mal die ersten paar Folgen geguckt und dann ist mir auch immer noch mal so aufgefallen, wirklich auch die Kostüme. Also, ich erinnere mich wirklich an diese eine Meditationsszene von diesem einen Schauspieler, der auch jünger aussieht und dem sie einfach wirklich einen Bart angeklebt haben. Du meinst, Torben heißt der? Genau, Torben. Es ist Tommen in Game of Thrones. Okay. Oh ja, da hat er gar nicht namenstechnisch sich so viel gewandelt. Stimmt, Tommen zu Torben ist nicht so weit, ja. Aber es sah wirklich wahnsinnig billig aus. Es sah echt aus, als man ihm einfach nur, weiß ich nicht, hier aus irgendeinem Karnevalszubehörladen einen Bart angeklebt hat. Und das war es. Wie sieht's denn sonst aus? Viele von diesen Serien sehen ja ein bisschen so Cosplay-mäßig aus. Ist das hier auch der Fall? Also, pass auf. Die Serie hat ein Budget von 180 Millionen US-Dollar. Das ist erstaunlich hoch. Ja. Es sollte auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich mal ein Film werden. Mhm. Ich, wenn ich vergleiche, also das sind ja wirklich, das ist so ein Budget, ich kenn grad die genauen Zahlen nicht, aber das befindet sich so in denselben Sphären wie ungefähr House of the Dragon. Was natürlich gerade entlarvend ist, weil beide Serien gleichzeitig laufen und man diesen Vergleich halt natürlich immer ziehen wird. Ich finde nicht, dass man dieses Budget merkt. Ich finde, einiges sieht da wirklich nach Produktionsstudio und Soundstage und sowas aus. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einige Schauwerte in der Serie, die mich absolut begeistert haben. Gerade jetzt, ähm, ich möchte es nicht spoilern, aber... Antagonist ist ein toller Schauwert. Bitte? Der Antagonist ist ein toller Schauwert. Auf jeden Fall. Ja, aber, ähm, ich finde die Serie am stärksten, ich finde definitiv, dass sie ihre Stärken hat. Sie hat einige coole Elemente. Ich hab die Nebenfiguren schon genannt, aber auch die Lichtschwertkämpfe. Gerade in Folge 5 find ich äußerst sehenswert, aber es gibt auch noch weitere. In Folge 7 erwartet dich auch etwas wirklich Starkes. Ähm, es gibt ein Live-Action-Debüt von einer legendären Figur. Es gibt, ähm, der Kyber, es gibt so den Moment, wo ein Kyber-Kristall blutet, was man so auch noch nicht gesehen hat in Live-Action. Das sind so sehr coole Ideen. Ähm, also ich fand, da gab's einige beeindruckende Set-Pieces. Ich find, es wird halt kaputt gemacht von den Dialogen und den Figuren. Also allen voran, äh, Osha und May. Ich finde, die sind das größte Problem der Show. Grade Mays Motivation, die immer wieder umgekehrt und umgekehrt wird. Teilweise so wirklich so innerhalb von einer Millisekunde und überhaupt nicht nachvollziehbar. Wo du grad eben bei Kostümen warst. Ich find ganz, ganz schrecklich auch, ähm, allgemein diese Figur Vanestra. Also, äh, Shrekki, die wir viele so schön sagen. Die ist so einfach grün angemalt. Und es sieht halt wirklich aus wie Star Trek Original Series. Also, das ist so, wir malen diese Person einfach grün an, machen ihr noch so ein paar blaue Punkte auf die Stirn und dann haben wir das Alien. Und das ist auch wieder schade, weil sie eigentlich in den Büchern und Comics eine der interessantesten und wichtigsten Figuren auch ist. Und das ist ja aber genau der Punkt. Das merke ich nicht. Das ist eine zentrale Figur in der High Republic. Ich muss dazu sagen, ich hab die Bücher nicht gelesen und kenn auch die Comics nicht. Das heißt, ich geh da wirklich als Außenstehender rein. Aber ich frage mich dann insbesondere, wie kann man sich bei einer so zentralen, wichtigen Figur nur so wenig Mühe geben? Es geht ja noch weiter. Die, ähm, Schauspielerin ist ja liiert mit der, ähm, mit der Showrunnerin. Ich weiß nicht, liiert oder verheiratet, irgendwie sowas. Auf jeden Fall die Partnerin von der Showrunnerin. Und wie kann eine so wichtige Rolle, so nepotismusmäßig, dann an die Frau, Freundin, Partnerin, äh, vergeben werden, die das auch wirklich meiner persönlichen Empfindung nach furchtbar spielt. Ich mein das ganz, also ich fand das ganz, ganz schrecklich gespielt. Ich hab... Ich bin so stockhaft. Total, ähm, immer derselbe Gesichtsausdruck. Äh, diese Figur, ich mein, man soll sie ja auch nicht mögen, wobei das auch ein krasser Sprung ist von, ähm, den Büchern und Comics, so wie ich das mitbekommen habe zur Serie. Aber ich fand diese Figur so wahnsinnig, ähm, nichtssagen und langweilig auch. Ja, also, was mich dann letztendlich auch gestört hat, also ich war, ich bin in diese Serie reingegangen, hab mir gedacht, boah, ich freu mich wirklich, die High Republic als Serie zu sehen. Endlich mal eine neue Art Star Wars in, ja, Bewegtbildform zu sehen. Weil wir hatten bisher immer nur die Skywalker-Sage und das ging einem wirklich mit der Zeit jetzt echt auf den Nerv. Und ich hab mich wirklich gefreut, das zu sehen. Aber dann ist auch echt so langsam diese Freude gekippt, weil man hat die High Republic auch nicht richtig umgesetzt, wie du schon so gesagt hast. Also man hat geliebte Figuren aus den Büchern, die dann nicht toll umgesetzt wurden. Und vor allem ist das Writing, da hast du recht, das ist mir auch dann mit und mehr und mehr aufgefallen, echt sehr, sehr... nicht gut. Gerade so, was so sehr offensichtliche Exposition-Dumps angeht und so. Figuren, die wirklich so innerhalb von einer Millisekunde ihre Meinung ändern. Es gibt auch in dieser gesamten Staffel einen zentralen Konflikt um die Figur Soul. Und ich bin grad vorsichtig, weil ich das nicht spoilern möchte, aber er wird dann so von vielen Figuren so sehr verteufelt und er rechtfertigt sich auch nicht. Wo ich mir die ganze Zeit denke, Digga, du hast, du bist im Recht, das war völlig okay, was du getan hast. Warum tun wir so, als wäre das so ein krass, kontroverses Ding gerade? Ähm, ja, ich sitz natürlich ein bisschen sehr vage umschrieben. Die, die es gesehen haben, wissen aber wahrscheinlich ganz genau, was ich meine. Und ich finde, eine weitere große Schwäche dieser Serie ist das Format. Also genauso wie bei Kenobi, die Folgen sind wahnsinnig kurz, teilweise 28 Minuten, so, wenn man Credits und Intro und alles rausnimmt. Also, man kriegt wieder dieses Gefühl von wegen, okay, wann läuft es endlich an, wann passiert es endlich, ihr habt nur noch irgendwie jetzt drei Folgen übrig und die wenig Laufzeit. Das Gefühl nicht, es ist eher so, ich hatte es auch in meiner Kritik gesagt, es fühlt sich so fleischlos an, weil es nur diesen einen Handlungsstrang gibt und nur diesen einen Hauptkonflikt und wenig so drumherum passiert. Das ist ja bei House of the Dragon zum Beispiel anders. Oder da agieren viele Figuren und man springt immer wieder zwischen den Schauplätzen und es fühlt sich wirklich an, als würde da an vielen Fronten was passieren. Und das ist hier nicht der Fall. Und die Folgen sind sogar auch nur halb so lang über House of the Dragon, um das als Gegenbeispiel zu nennen. Und da frage ich mich halt wirklich so, wo ist das Budget reingegangen? Aber ich finde, es ist halt auch ein ganz, es beginnt halt schon dann bei der Grundidee dieser gesamten Serie. Ja, also ich finde auch vor allem, man hätte das Konzept High Republic so viel anders erzählen können. Also, in einem viel, viel interessanteren Setting. Und ich glaube auch, dass diese Crime-Mystery-Serie, dass dieses Konzept, womit es ja auch irgendwie die ganze Zeit vermarktet wurde, hey, das ist eine Crime-Mystery-Serie im Star Wars-Kosmos. Das ist es vielleicht in den ersten zwei. Eine Folge, ja. In den ersten zwei vielleicht noch. Stimmt. Aber danach ist es wirklich komplett für die Cuts. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man das dann vielleicht sogar eher noch durchgezogen hätte. Dass es wirklich so ein Mystery-Ding ist, wo man wirklich die ganze Zeit irgendwie im Dunkeln gelassen wird und nie so richtig weiß, was abgeht. Das hätte ich viel, viel cooler gefunden als das, was wir jetzt letztendlich bekommen haben. Was irgendwie die ganzen Versprechen nicht einhalten konnte. Und vor allem, was so ein cooles Konzept nimmt und endlich mal wirklich außerhalb der Skywalker-Saga spielt. Und das dann leider nicht performt. Wo ich mir dann auch denke, dass sich Lucasfilm oder Disney jetzt denkt, boah, lass mal vielleicht doch lieber in der Skywalker-Saga bleiben, weil alles draußen drumherum kommt echt nicht gut an. Das stimmt. Wobei, soweit ich weiß, performt es gut. Es ist die meistgeguckte Star-Wars-Serie überhaupt, so wie ich das mitgestellt habe. Das ist schon mal sehr gut. Das ist aber auch merkwürdig. Ja. Ist nicht gedacht. Es sind viele Hate-Watches bestimmt dabei. Aber, ne, also man muss auch dazu sagen, also es gibt halt, wenn du auf Plattformen wie IMDb gehst, da sind die Folgen und die Serie allgemein wirklich wahnsinnig schlecht bewertet. Da ist aber auch, wenn du da mal genauer in die Reviews guckst, sind halt wirklich überproportional viele Ein-Sterne, aber auch Zehn-Sterne-Bewertungen. Und es ist einfach eine Serie, die wahnsinnig polarisiert. Ich finde, wenn man so ein bisschen differenziert darüber nachdenkt, ich finde halt darin Stärken, aber auch ganz viele Schwächen, und zwar deutlich mehr Schwächen. Und deswegen bin ich, also wenn ich jetzt irgendwie nochmal eine Kritik machen würde, nachdem ich jetzt die gesamte Staffel gesehen habe, ich habe jetzt bei meiner ersten irgendwie fünf von zehn gegeben, da würde ich verbleiben. So ungefähr irgendwo da. Vielleicht würde ich sogar runter auf vier gehen, aber sicher nicht hoch auf sechs. Also nur so aus dem reinen Gefühl her, wie ich die Serie fand. Und ich bin sogar wirklich ein Stück weit froh, dass ich es jetzt sogar durch habe, weil irgendwann hat es mich auch nicht mehr gereizt, dann nur noch von diesen, also diese Mysterien fand ich teilweise nicht alle, aber einige fand ich auch zu billig. Wer steckt unter dem Helm? Das ist so das einfachste Mysterium, das du aufmachen kannst. Und am Ende war es dann halt doch die offensichtlichste Lösung. Und das finde ich schade. Ja. Wie ist denn die Zukunft dieser Serie? Also ist es jetzt komplett abgeschlossen oder ist so, da muss eine Staffel zwei kommen oder da wird sogar eine Staffel zwei kommen? Also es gibt ja den Hashtag Renew the Acolyte, die viele Fans fordern gerade, dass auf jeden Fall eine zweite Staffel angekündigt wird. Und ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, die wird auf jeden Fall extrem viel geguckt und auch bewertet auf allen Plattformen. Also allein so die Zahl der Revis. Also sie hat ein Interesse geschaffen. Ich glaube, das ist ein Fakt. Also ob das jetzt negativ oder positiv ist, ist eine andere Frage. Deswegen halte ich das schon für wahrscheinlich, dass eine Staffel zwei kommt. Und die Handlung, ich will jetzt das komplette Ende nicht spoilern, aber also das kann man weiterführen, das muss man sogar weiterführen. Okay. Genau so wie Ahsoka dann. Aber ich finde trotzdem, dass, oh, by the way, Disney hat, also Star Wars hat ja wirklich viele Serien, wo du einen Ass im Titel machen kannst. Ass Oka oder Ascalade. Wobei da ist es Ashoka. Ashoka, ja scheiße, Mann. Ja, okay, gut, ich krieg's halt nicht hin mit den schlechten Wortspielen. Aber was ich auch sagen muss, es ist definitiv nicht die schlechteste Star Wars Serie, weil ich finde da immer noch, ich finde Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi, vor allem Obi-Wan Kenobi, ist nicht unbedingt objektiv schlechter als The Book of Boba Fett, aber ich finde bei Obi-Wan Kenobi ist die Fallhöhe einfach so extrem. Also die Enttäuschung ist überwiegt wirklich. Und deswegen würde ich da auch echt immer noch sagen, ey, Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi sind die schlechteren Serien. Da stimme ich zu, da würde ich unterschreiben. Ich finde auch die Eckeleid nicht so schlecht, wie viele sie abtun, bin aber trotzdem extrem kritisch. Das ist keine Serie, die mich in irgendeiner Form überzeugt. Und ich glaube wirklich, es wäre, ich weiß nicht, wie es ist, ich habe sie jetzt Woche für Woche geguckt, vielleicht wirkt es nochmal anders, wenn man es einmal jetzt komplett am Stück guckt. Aber bei mir hat sich auch das Gefühl breit gemacht, dass es irgendwie besser gewesen wäre, das als Film herauszubringen. Gerade du bist jetzt, du bist dann bei Folge 7, ne? Ja. Das wird, das ist ja die offiziell, also die auf IMDb schlecht bewertetste Folge von allen. Wow. Und das, obwohl sie auch einige sehr coole Szenen hat. Mhm. Aber sie, ähm, hätte man in Folge 3 mit reinpacken müssen. Okay, okay, ich bin interessiert. Es ist so, ich bin wahnsinnig interessiert jetzt. Wirklich, was die im Endeffekt trotz ihrer 40, 45 Minuten Laufzeit, was auch immer es war, dann am Ende aber erzählt, ist wirklich dünn. Okay. Sehr dünn. Okay, okay. Und deswegen, ich bin gespannt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt wirklich Folgen, die nur dafür da sind, die nächste Folge aufzubauen. Folge 4 zum Beispiel. Die hätte es so nicht gebraucht oder anders oder in Folge 5 integriert. Ich finde, zum Beispiel Folge 4 ist sowas von sinnlos auch. Die steht nicht für sich, die hat keine eigene Dramaturgie. Es fühlt sich an, als wären Folge 4 und 5 als eine Folge geschrieben worden und dann einfach irgendwie in der Mitte aufgeteilt. Was natürlich bei einem Weekly Release echt unbefriedigend ist. Total, ja. Und deswegen, also ich mag auch dieses gesamte Format nicht und finde das nicht gut strukturiert, diese gesamte Serie. Und ich finde, das ist was, wo man wirklich dann ganz oben auch kritisieren muss und nämlich bei der Showrunnerin, die das eigentlich alles im Blick haben müsste. Und ich hatte auch teilweise sogar das Gefühl, dass Szenen, die an und für sich gut sind, aber im Kontext der gesamten Folge nicht funktionieren. Und das wirkt dann manchmal so, als hätte so ein Autor die eine Szene geschrieben, während eine andere Autorin dann die nächste Szene am Schreiben war, die so gar nicht zusammenpassen. Wo du dir auch denkst, die Figur hat doch gerade noch A gesagt und jetzt macht sie B. Hä? Und das sind so Sachen, die für mich einfach nicht klar gehen in so einer Star Wars Serie. Ich meine, im Endeffekt, trotzdem gibt es sehr, sehr coole Lichtschwertkämpfe. Das möchte ich dieser Serie hoch anrechnen. Einige coole Sachen, die etabliert werden. Ich habe ja die Stärken schon aufgezählt. Und draußen wird Star Wars Fans geben, die sagen, ja, hört mir mal auf mit den Dialogen und Figuren. Es ist ja trotzdem irgendwie Star Wars und ich bin froh, wenn Disney immer wieder solche, also gerade die Kampfkoreografien, die sind ja stark in dieser Serie. Das reicht mir und das ist ja auch völlig legitim. Also ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr auf diese Serie einhacken. Aber sie ist, ja, ich würde zum Beispiel Andor oder sowas ist meiner Meinung nach... Ich finde es immer auch so schlimm, dass das erst nächstes Jahr kommt, Andor. Weil es sollte ja dieses Jahr kommen und die zweite Staffel ist auch fertig, aber sie kommt erst nächstes Jahr. Es gab auch schon mal irgendwo einen Trailer, der irgendwo in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Das heißt, es ist wirklich fertig. Oder einen Grund genannt, worum das erst nächstes Jahr kommt? Wahrscheinlich wegen irgendwie... Übersättigung. Ja, Übersättigung und wahrscheinlich Planung, dass man jetzt irgendwie The Ecolight auch noch hatte und das dann irgendwie rausbringen musste. Aber ich brauche wirklich Andor. Aber ja, The Ecolight ist aber auch nicht die einzige große Serie, die diese Woche zu Ende geht, sondern auch noch The Boys, wo ich leider noch keine einzige Folge von gesehen habe. Du hast noch keine Folge gesehen? Du hast noch keine Folge gesehen, weil dieses große Dilemma in mir tobte. Ich habe Gen V nämlich auch noch nicht gesehen und ich war die ganze Zeit, okay, schaue ich jetzt noch Gen V vorher, schaue ich Gen V nicht vorher, kann ich mit The Boys Staffel 4 starten oder nicht und dann hat sich das so lange gezogen, bis jetzt die Serie plötzlich zu Ende ist. Das nennt sich Analysis Paralysis übrigens. Wenn man zu sehr über seine Optionen nachdenkt und dann zu keinem Ergebnis, zu keiner Entscheidung kommt. Ganz ehrlich, das habe ich häufig in meinem Leben. Wahnsinn. Okay. Kann man therapeutisch auch arbeiten. Okay, vielleicht wird das mal gemacht, aber okay. Wie ist The Boys Staffel 4? Erstmal nicht abgeschlossen, denn die letzte Folge kommt diese Woche, aber ich glaube erst morgen tatsächlich. Also am Donnerstag. Das Problem ist, wenn die Podcast-Folge raus ist, dann ist sie bereits erschienen. Genau, wir konnten sie also noch nicht sehen, die letzte Folge. Ja, korrekt. Aber wir beide sind aktuell? Ja, ich habe die ersten sieben Folgen gesehen. Staffel 4, ja. Was sollen wir sagen? Ich bin mit sehr großem Lob reingestartet. Wir haben auch, das war genau in dem Podcast, glaube ich, mit Jonas und Xenia haben wir auch sehr ausführlich über The Boys gesprochen. The Shot and Rock on The Boys Podcast. Ja, genau. Da waren wir angetan. Die Shotgun Boys. Bei mir hat sich das so ein bisschen leider ins Negative gewandelt. Ich bin nicht hundertprozentig happy mit dieser Staffel. Hier geht übrigens auch dieselbe Spoiler-Warnung wie eben für die Ecke leid. Weil was Staffeln vorher angeht auch ein bisschen. Ja, dann aber erst mal die Frage, also wie steht ihr generell zu The Boys? Waren die ersten drei Staffeln nach eurem Gusto? Die erste auf jeden Fall. Die zweite, ja, aber wobei die auch schon, finde ich, schon eine Ecke schlechter war. Die dritte hat mich eher genervt. Bei der vierten hatte ich in der ersten Hälfte ein ziemliches Up und jetzt geht es leider wieder so ein bisschen down. Ich finde, dieses Konzept nutzt sich so ein bisschen ab, aber trotzdem, mir fällt auch immer wieder auf, was für einen unglaublichen Spaß ich immer mit jeder Folge habe und teilweise traurig bin, wenn sie wirklich vorbei sind. Ja, ich sehe das ähnlich, also das ist ziemlich krass reingestartet. Unfassbare Brutalität, die sehr viel Spaß macht. Ich hatte dann aber auch irgendwann auch in Staffel 3 so eine gewisse The Boys-Müdigkeit und zurückblickend wird es vielleicht auch so auf Staffel 4 zutreffen, denn man muss ja sagen, es wird noch eine Staffel geben, in Staffel 5 soll es abgeschlossen sein. Und für mich hat sich das so ein bisschen abgenutzt, so dieser Konflikt, den es gibt. Es gibt diesen großen Konflikt, die Boys gegen die Subs. Supes. Supes, ja, immer Subs. Gegen die Supplements. Die Supplements. Und das nutzt sich irgendwie so ab. Irgendwie ist das Gefühl, immer so, ja, versuchen Sie, versuchen es. Und irgendwie ist diese Bedrohung durch Homeland zum Beispiel auch irgendwie viel größer gewesen in der ersten Staffel. Ja. Für die, weil, okay, der kann uns jederzeit überall hören zum Beispiel, der fliegt einfach immer durch die Stadt und findet uns. Und jetzt ist das alles so, ist so ein bisschen, es könnte auch so eine Case of the Week-Serie werden eigentlich. Ist es ja gerade in der Staffel. Ist es eigentlich auch. Und, ah, ich finde es so, man versucht viel, diese Einzelgeschichten gerade von den Boys so zu erzählen. Mhm. Und es hat sich irgendwie sehr abgenutzt. Also, man versucht es viel mit so krassen Ideen aufzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Tech Night mit seinem Sexkeller. Du hast doch Gen V gesehen, oder? Ich habe zwei Folgen Gen V gesehen. Ach so, zwei Folgen. Also, ich war, ich habe die aktuell jetzt geguckt, also seit vorletzter Woche, The Boys, und dann, als dann keine Folge mehr da war, habe ich dann Gen V geguckt, zwei Folgen. War okay. Ich muss Gen V auch noch unbedingt nachholen. Ich habe nur immer gehört, dass der Tech Night aus Gen V eine ganz andere Figur wäre, als der Tech Night aus The Boys. Ich fand es ganz witzig, aber es ist halt so, vielleicht so ein bisschen wie The Acolyte, so ein bisschen für die geilen Effekte gucken, teilweise. Redest du von The Boys oder Gen V gerade? The Boys. Ja. Also, wir wollen hier Herogasm und sowas sehen, so richtig krass, sagen, wie brutal kann es noch werden. Trägt sich das über die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Bisher bin ich ganz gut unterhalten, habe dann aber mit der Schrecken festgestellt, okay, es ist nur noch eine Folge in der Staffel. Ja. What? Wollt ihr noch hin? Aber es ist auch eigentlich ja nichts passiert, gefühlt. Was so die Lösung des Ganzen angeht, für ihr Problem, damit haben wir angefangen, damit enden wir anscheinend ja irgendwie auch. Ich hatte das Gefühl, dass sie versuchen, in Staffel 4 in jeder Folge sowas wie ein Herogasm zu bringen. Die wollen in jeder Folge irgendwie so den großen The Boys-Moment. Also gibt es jede Folge so ein Extrem. Ja, absolut. Teilweise zwei, teilweise drei. In Staffel 4 ist das nochmal komplett auf die Spitze getrieben worden. Aber ich finde, es fehlt halt der Build-Up da in. Ich meine, Herogasm war auch so gut, weil wir mehrere Folgen darauf zugearbeitet haben und dann mehrmals darüber gesprochen wurde und du dich die ganze Zeit gefragt hast, was ist denn jetzt genau dieses Herogasm? Und das ist ja auch wichtig, damit dann auch damit es einen Payoff gibt, damit sich das gut anfühlt, wenn es passiert. Und in dieser Folge fühlt sich das alles so, das wird so eine Sameness, finde ich. Hatte ich zumindest das Gefühl und das habe ich allerdings auch erst so in Folge 5 oder sowas hat sich dieses Gefühl in mir dann breitgemacht und ich finde, wird Marius komplett recht geben in allem, was er gesagt hat, so die Story geht auch nirgendwo hin in dieser Staffel. Ich habe lediglich das Gefühl, dass so ein bisschen die Schachfiguren an ihre Position gestellt werden, damit wir dann in Staffel 5 hoffentlich dann. Aber das finde ich so unfassbar schade, weil The Boys hätte meiner Meinung nach auch in drei Staffeln erzählt werden können. Also, wie Marius auch schon gesagt hat, wir haben so eine Ausgangslage, die sich jetzt einfach nur streckt bis in die Unendlichkeit, bis es dann irgendwann wirklich mal zum Schluss kommt. Und ich fand, es ist ein bisschen sehr schade, weil es hätte so eine perfekte Serie in drei Staffeln glaube ich sein können. Definitiv, ja. Ich finde es schon spannend, wie so die Fassaden fallen bei Homelander beispielsweise. Finde ich mehr so einfach, was ich auch schon in Staffel 3 so hatte, dass es so sehr karikaturesk wird, weil ich finde, so in Staffel 1 war ich so wirklich durchtrieben böse und ich hatte wahnsinnige Angst vor ihm und natürlich fällt bei ihm auch einfach sehr viel und der Charakter wandelt sich, aber ich finde, er wirkt irgendwie wie so ein Abbild von sich selbst. Aber ich glaube, das ist doch so ein eigener Downfall, dass er selber merkt, dass er zwar kräftig ist, aber seine Psyche halt, er kriegt es ja gerade quasi auf dem Silbertablett serviert, dass seine Psyche halt, wenn man poliert worden ist, dass er ein Loser ist, dass er sich so fühlen soll, damit sie ihn unter Kontrolle irgendwie haben. Ich glaube, das merkt er einfach selber und dadurch wird er halt irgendwie so, er kriegt er so psychiatrische Züge. Was ich auch noch generell, aber... Psychiatrische Züge? Was soll ich denn sagen? Psychopathische? Psychopathische. Ja, das ist nur früher am Morgen, ey. Was ich aber auch eigentlich nicht so geil finde, ist, dass die ständig irgendwelche Helden wegkillen. Also klar muss sein, aber ich hätte mir zum Beispiel viel mehr von Stormfront gewünscht, also auch gerade mal mit diesem historischen Background. Also okay, das ist ja auch Nazi-Kram. Ah ja, jetzt ist die weg. Weil ich finde jetzt ehrlich gesagt immer die neuen, also Firecracker und sowas, ist okay, ich weiß, was das parodien soll. Natürlich. Aber... Ja gut, das ist ja auch on the nose. Das ist sehr offensichtlich. Sehr on the nose, aber ich weiß nicht. Gefühlt ist es nur noch so ein Guck mal, wen können wir noch parodieren? Außer jetzt, ob das jetzt Superhelden, Superheldinnen sind oder gesellschaftlich. Aber die Story trägt es nicht mehr ganz. Das stimmt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich freue mich immer noch auf jede Folge. Also es macht auch mir weiterhin Spaß. Irgendwie schon, ja, ja. Es sind halt doch irgendwie die liebgewonnenen alten Figuren und teilweise ist ja doch noch super überraschend, was alles passiert. Und Spaß macht sie meiner Meinung nach immer noch. Auf jeden Fall. Aber sie ist halt, finde ich, in meinem Empfinden erzählerisch nicht da, wo sie sein könnte und auch in Staffel 1 oder so auch war. Also das kennt man aus vorigen Staffeln besser. Auch so innerhalb mit, mit, bei den Boys halt so die inneren Konflikte, die es da gibt. Also da war jetzt in dieser Staffel gefühlt, wurden dann noch so ein paar Sachen reingezogen und das hat sich auch irgendwie so ein bisschen so künstlich angefühlt. So jetzt entzweilen wir die wieder. Jetzt passiert mit Frenchie das und jetzt ist das mit Butcher auch noch so ah und so. Ich will einfach nur, dass ihr euch mit den, mit den anderen die Fresse einschlagt irgendwie. Irgendwelche coolen Sachen macht und das macht. Ich brauche diese ganzen kleinen Konflikte irgendwie nicht so. Gerade Yui's Strang wird ja immer wieder kritisiert. Yui ist auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja! Der eigentlich von Anfang an eigentlich so den interessantesten Plotline hatte, so in der ersten Staffel und dann wird er so relativ fangen. Das wird jetzt quasi aufgelöst. Okay, ich bin sehr gespannt. Auch Frenchie Storyline wird immer wieder kritisiert. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Und, äh, ja. Aber ich habe halt mitbekommen, dass die Figur Frenchie queer ist und dass das so einen riesigen Aufschrei gegeben hat. Hat es? Also, hat es? Ich würde das aber einordnen. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Also, es wird jetzt nicht kritisiert, weil er queer ist, sondern weil ein Konflikt aufgemacht wird, der in seiner Figur riesig ist, der aber aus dem Nirgendwo kommt. Stimmt, das stimmt. Also, es kommt wirklich aus dem Nichts. Okay. Und ich finde, das ist auch wirklich kritikwürdig. Okay, ich bin sehr Das meine ich mit ein bisschen so, man versucht irgendwie noch irgendwelche Konflikte innerhalb der Boys aufzumachen. Das war so, okay, das ist ein Riesending. Also, man gräbt wirklich danach irgendwas herauszufinden, damit wir da nochmal ein bisschen hier Konflikte aufbauen können. Ja, viele waren ja auch der Meinung, dass Frenchies und, ähm, Kimiko. Kimiko, genau, Kimiko Storyline darauf hinarbeitet, dass die irgendwo mal als Paar enden in irgendeiner Form. Und das macht diese Staffel auf jeden Fall zunichte. Ich glaube, das stört auch viele. Also, ich fähre jetzt auch vorsichtig, ich würde jetzt, also, es gibt sicherlich diejenigen, die irgendwie Frenchie nicht queer haben wollen oder so, oder, ähm, wie auch immer sich die Figur definiert, ich weiß es gar nicht, aber es hat halt auch, die Kritik ist meiner Meinung nach auch berechtigt. Also, es kommt wirklich aus dem Nichts. Aber, ähm, es ist auch nicht die interessanteste Storyline leider, die Frenchie da hat. Es ist schade. Auch, äh, Kimikos ist meiner Meinung nach so ein bisschen... Die war auserzählt gefühlt und jetzt hat man wieder was reingehauen. Genau. Es ist so schade, wenn man wirklich so liebgewonnene Figuren hat und dann versanden, also, ne, versanden die irgendwie so im Verlauf der Staffel. Ich fand es auch irgendwie damals, ich fand es einen krassen Moment, als, ähm, äh, Homelander seine Ziehmutter, Madeline Stillwall, äh, getötet hat in der ersten Staffel. Ja. Aber im Nachhinein finde ich es auch ein bisschen schade, weil ich fand, das war auch so ein super interessantes Konzept und es hatte natürlich einen krassen Impact, aber das hätte man auch irgendwie ein paar Staffeln später machen können. Also, man verabschiedet sich schon sehr schnell von Figuren, man hat Figuren wirklich nur für so eine sehr kurze Zeit und muss sich auch schnell von denen verabschieden. Das stimmt, und jetzt fehlt irgendwie der emotionale Punch. Es gibt ja noch seinen Sohn, aber ich finde auch das, ich habe das Gefühl, die hatten... Ich finde es immer nervig, wirklich, so sorry, aber das ist wirklich... Ja, dann, warte mal ab. Oh nein! Ich finde, man hat irgendwie so die ganzen Figuren, auch die neuen, und man weiß nicht so genau, oh, was machen wir jetzt in der Staffel, das machen wir irgendwie, das ist alles ein bisschen in der Luft, es macht weiterhin sehr viel Spaß, das anzuschauen, weil man einfach auch wissen will, komm, wie geht's weiter, aber man wird irgendwie so an der langen Leine gelassen, so, ja, schauen wir mal, wir haben noch eine Staffel, weil jetzt kommt halt dieses Gefühl, was ich eben bei der Kolite meinte, wir haben jetzt noch eine Folge in der Staffel und dann noch eine Staffel, wie lösen Sie denn jetzt bitte all diese Konflikte vernünftig auf, dass wir denken, okay, Befrieden ist Ende, oder wird es halt ein Drama und irgendwie alles wird noch viel schlimmer und endet auch ganz schlimm. Deswegen war es mir aber so wichtig, heute Morgen noch die letzte Folge von The Acolyte zu sehen, bevor wir darüber sprechen, weil das mit der, also die letzte Folge, das ist so, ähm, make or break. Das kann natürlich alles nochmal auf den Kopf gestellt werden und vielleicht arbeiten die auf ein geniales Ziel hin in The Boys, das wir nur noch nicht kennen und wie gesagt, das war produktionell anders nicht möglich, wir konnten die letzte Folge noch nicht sehen, ich bin sehr gespannt auch auf die Folge und das soll auch alles gar nicht so negativ klingen, also ich finde zum Beispiel auch, dass die Staffel, du hast es schon gesagt, Spaß macht und ich mich trotzdem halt auf jede Folge freue und ich das gerne gucke, nur halt ist es nicht so stark, wie es noch, wie es einst war. Also prakt, sorry, also praktisch nach dem Konzept könnte man sagen, The Boys, Stoffi ist gut, aber hätte so viel besser sein können. Das würde ich persönlich tatsächlich in meinem Empfinden, ja, Okay. Aber du als großer, großer Batman-Fan, was sagst du denn zu Ted Knight und seinem Keller? Ich habe dazu, weil ich Gen V nicht gesehen habe und auch die Comics nicht gelesen habe, keinen Bezug zur Figur Ted Knight, also ich glaube, viele sind da sehr entsetzt, was sie aus Ted Knight gemacht haben, dazu kann ich, habe ich keine innere Haltung, ansonsten fand ich es witzig. Okay. Ja. Aber halt auch, es ist halt irgendwie, es ist repetitiv, es hatte keinen Schockfaktor in irgendeiner Form, finde ich, es hat mich wenig überrascht, das war jetzt auch mehr same old, same old. Da waren noch teilweise so Gags, die wurden noch ein bisschen zu oft gemacht, hier mit dem, wie hieß er denn nochmal, dieser Spider-Man-Verschnitt? Ja, ja. Wenn er da in der Zelle steht und die ganze Zeit, Webweaver, genau. Und die ganze Zeit, ne, also, das war zweimal zu oft. Ja, definitiv. Finde ich auch. Ich will es auf jeden Fall schauen, ja, aber wie steht es eigentlich um Jeffrey Dean Morgan, der ja der krasse Neuzugang in der Serie ist? Ja. Ich will jetzt nichts spoilern, aber das Witzige ist, er spielt eine Rolle, die er so quasi schon mal in einer anderen Serie gespielt hat, nämlich in Grey's Anatomy. Okay. Ja, okay. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das war so, es passiert was von Zelle Figuren, The Boys, und so, naja. Ich meine, ich habe meine Freundin so einen Screenshot geschickt, so, hier, guck mal, kennst du den? Er macht das gleiche in der Serie. Nein, oh mein Gott. Ja, es ist in Ordnung, es ist Jeffrey Dean Morgan, der sich quasi selbst spielt gefühlt, aber, ja, immer gut. Nichtsdestotrotz, es gab auch eine Folge, die mich, und ich glaube, wir haben den Podcast direkt danach aufgenommen, deswegen war ich damals auch so viel Positiver. Eine Folge hat mich trotzdem auch aus den Socken gerissen, und das war die mit, die Homelander-zentrierte Folge, in der er seine eigene Kindheit mal durchforstet. Da haben wir nämlich ja immer bisher nur so ein paar Ansätze von gesehen. Ja, da gehen wir so ein bisschen tiefer rein, ohne das jetzt zu spoilern. Es hatte so Stranger Things-Vibes, natürlich, aber auch da, finde ich, wurde relativ schnell ad acta gelegt. Ja, mir zu schnell. Ich finde, das hätten sie noch wirklich deutlich ausführen können, spannender erzählen können. Das fand ich schade, das war auch innerhalb von einer Folge abgehandelt, aber auch, so kurze Katharsis-Folge und Ende. Aber da gab es auch durchaus wieder so Überraschungsmomente, finde ich. Ja, aber trotzdem, die Serie bringt mich immer noch zum Lachen, oft. Und, wie gesagt, was ich kritisieren würde, wäre die emotionale Tragweite der einzelnen Folgen und die Dramaturgie dieser gesamten Staffel, die ich nicht fühle. Ich finde, es baut sich, genau wie bei der Eckeleid, relativ wenig Spannung auf von Folge zu Folge. Es ist jetzt nicht so, dass es Mysterien gibt, die ich unbedingt erfahren möchte, unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, keine Cliffhanger in irgendeiner Form. Und es ist sehr Case of the Week-ish, so wie du es schon gesagt hast. Ich bin jetzt gespannt auf die letzte Folge und dann hoffe ich einfach, dass sie wirklich sich alles aufgehoben haben für eine fünfte Staffel, die dann so richtig reinhaut. Ich finde es sehr bezeichnend, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das genau war. Ich glaube, gerade die vom Anfang, da laufen sie auf einer Farm rum und das dauert gefühlt ewig. Es ist eine riesige Farm und der ganze Trupp sucht etwas, ohne es jetzt zu spoilern. Und die ganze, gefühlt war 90 Prozent der Folge, wir laufen hier rum und suchen und dann finden wir irgendwas anderes und das ist nicht cool. Und ich finde, das ist so bezeichnend so ein bisschen für diese Staffel oder vielleicht auch die davor, so ein wenig irren ein bisschen durch die Gegend und es passieren manchmal wirre Sachen. Ja, ja. Ja, ohne dass die irgendwie sich innerhalb einer Gesamterzählung organisch entwickeln und sich irgendwie so anfühlen, als würden sie auf etwas zuarbeiten. Das hat mir persönlich auf jeden Fall gefehlt in dieser Staffel. Deswegen aber da, ich finde The Boys aktuell auf jeden Fall besser als die Akeleitungen. Eine sechs oder sieben würde ich geben. Eine sechs oder sieben, okay. So, wo vor eine sieben. Weil es immer noch Spaß macht halt, aber es ist halt, ich glaube, es ist ein bisschen meckern, weil das Potenzial auch hier verschenkt so ein bisschen. Ja. Es wäre so viel mehr hinter. Ich verstehe. Ich habe noch einen Film gesehen, über den ich sprechen wollte. Hau raus, Alp, ja. Ich habe, ich hätte jetzt einen dabei, bei dem sich Marius freuen würde, denke ich, und ich habe einen dabei, über den sich Lenny freuen würde. Dann mach. Welchen soll ich raushauen? Ganz beide doch. Spielt schnick, schnack, schnuck. Das wäre schön. Eins, zwei, drei. Ja, Marius hat gewonnen mit der Schere gegen Lenny's Papier. Wenn ihr eben gemein, das gute alte Blatt. Ich habe einen Film von 1980 gesehen. Aha. Das könnte vieles sein. Könnte Shining sein. In der Hauptrolle George C. Scott. Ein Horrorklassiker. Martin Scorsese hat vor kurzem eine Liste mit 84 Filmen herausgebracht, die man unbedingt gesehen haben muss. Ich habe den Film nicht deswegen gesehen, aber die kam nämlich danach raus, nachdem ich den gesehen hatte. Aber das war so ein Horrorfilm, den ich schon immer mal gesehen haben wollte, den ich nie geguckt habe, der aber als Klassiker des Haunted House Horrors gilt. Also ein Haus, das von Geist in Heimgesucht wird. Ein Mann, der heißt Das Grauen auf Englisch, The Changeling. Ja. Kennst du den Film? Ich weiß davon, ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Wo hast du den gesehen? Der ist in irgendeinem Streamingdienst. Ach, sehr gut. Sehr gut. Nee, Quatsch, sorry, ich habe Geld dafür bezahlt. Ich habe, glaube ich, drei Euro. Ja, gut, klar. Aber man kann ihn sich angucken, weil manchmal denkt man sich bei so alten Filmen, okay, kaufe ich mir die Blu-ray. Ja. Gibt es dann auch nicht oder kostet 30 Euro. Korrekt. Aber es ist ja erst eine Serie rausgekommen, die The Changeling heißt, mit Lakeith Stanfield. Hat die was damit zu tun? Das weiß ich nicht. Ich kenne die noch nicht mal. Okay, dann. Ich habe nie von der gehört. Dann schaue ich mal. Dann sind wir beim Klassiker. Worum geht es? Es geht um einen Familienvater, der in der Anfangssequenz seine Frau und sein Kind verliert. Die sterben bei einem Autounfall. Und er ist natürlich, ja, eine gebrochene Figur ein Stück weit, aber arbeitet weiter als Komponist und Musikdozent an einer Universität und zieht um in eine andere Stadt, weil er so, was war das, nimmt irgendwie ein Programm an oder irgendwie sowas, macht irgendwas da, also geht in eine andere Stadt, in eine andere Uni und zieht dort mit der Hilfe von Bekannten in ein uraltes Haus und lebt alleine einfach in so einem Herrenhaus. In so einem riesigen Haus. Kennt man. Natürlich. Was man nicht machen. Und findet dann über die Zeit heraus, dass in diesem Haus eventuell sich ganz schreckliche Verbrechen zugetragen haben und findet sogar einen Geheimgang in ein uraltes mit Spinnenweben durchzogenes Zimmer, in dem der Rollstuhl eines Kindes steht, einsam und verlassen. Und ja, es geschehen grausige Dinge und mir ist aufgefallen, wie krass, also erstmal, ich mein, Haunted-House-Horror-Filme haben ja eh immer so ein paar Tropes und ein paar Klischees, die sich wiederholen. Die hat dieser Film natürlich auch. Aber 1980 mit Stil prägend, aber wie krass, er hat mich sehr, sehr stark an Conjuring erinnert und ich liebe den ersten Conjuring. Ja, das war ja eben. Ich finde George C. Scott wahnsinnig stark in dieser Rolle. Also der Typ hat eine Gravitas, das ist unglaublich und spielt halt diesen wirklich, diesen gebrochenen Vater, finde ich, der aber versucht, der starke Mann zu sein und weiter durchzuziehen, zu arbeiten und so weiter. Aber trotzdem, gerade in den gruseligen Momenten merkt man immer wieder, wie gebrochen diese Figur eigentlich ist. Das fand ich, das hat mich sehr berührt. Und ich glaube, deswegen hat dieser Film auch so lange Beine, gilt als Kultfilm, ist sehr beliebt und ist stellenweise auch wirklich gruselig. Das baut er dann aber eher auf Atmosphäre. Ja, definitiv. Definitiv. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass er mich vom Hocker gerissen hat, vom Hocker, wie heißt das? Ja, das ist vom Hocker. Der hat mich vom Hocker gerissen hat, weil dafür ist mir die Auflösung, hat mich dann doch so ein bisschen kalt gelassen. Und da finde ich modernere Haunted-Haus-Horror-Filme teilweise auch stärker, gerade so in ihrem letzten Akt. Der hat mich hier so ein bisschen kalt gelassen, wo der doch gerade in der ersten Hälfte des Films sehr, sehr starke Szenen hat und immer weiter an Spannung aufbaut und aufbaut und aufbaut. Aber ist auf jeden Fall trotzdem sehenswert, wenn er mal Bock auf einen alten Horrorfilm hat. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also, wir können ja auch mal davon ausgehen, dass vielleicht in den nächsten Jahren irgendwie ein Prequel, ein Sequel oder sowas noch zu diesem Film kommen wird, denn irgendwie werden jetzt alle alten Horrorfilme ausgegraben, denn Rosemary's Baby bekommt auch noch ein Prequel, nämlich Apartment 7A, und das wird dieses Jahr noch erscheinen. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr auf Paramount Plus. Das ist krass. Wer arbeitet dran? Sind da irgendwelche bekannten Namen da? Lass mich kurz schauen. Das Apartment ist ja dann, wo das ältere Ehepaar lebt, oder? Wo es die Schokomaus zu essen gibt. Also, mitspielen wird auf jeden Fall Julia Garner. Okay. Deswegen, aber ich bin mal gespannt. Es gab gestern die ersten Bilder. Ja. Und, ja. Ja gut, ich habe das erste Omen noch nicht gesehen. Genau, es gab auch das erste Omen dieses Jahr. Ah, gut. Und hier wurde ja auch noch mal der Exorzist letztes Jahr ausgegraben. Also, es wird wirklich noch mal schön in den alten Schubladen gewühlt. Ja. Wo du aber jetzt so ein bisschen Haunted House Horror erwähnt hast, würde ich natürlich auch mal gerne über meinen Haunted House Horror reden, den ich geguckt habe. Ich habe nämlich Open House genannt. Oh Gott. Oh Gott. Den Netflix... Oh Gott. Das war der schlimmste Jumpscare aller Zeiten. Ich habe den Film gesehen. Der ist, äh, der ist, der ist ja noch auf Netflix. Der ist noch auf Netflix. Der ist hundsmiserabel. Der ist wirklich... Ich fürchte nicht. Worum geht es? Das ist schwer zu beschreiben. Also, es ist wirklich wahnsinnig schwer zu beschreiben. Es geht darum... Open House sind doch so Besichtigungssachen. Genau, es sind so Besichtigungssachen. Es geht darum, dass ein Junge verliert seinen Vater. Hier, das ist der aus 13 Reasons Why. Genau. Und er hat anscheinend danach auch nichts mehr großartig gemacht. Ach, Gänsehaut, glaube ich, oder? Hat er nicht ein Gänsehaut? Ich gucke nochmal gerade, wie der heißt. Stimmt, das kann sein. Auf jeden Fall verliert er seinen Vater und in einem Unfall und weil er... Er ist natürlich sehr tragisch davon betroffen und auch seine Mutter und dann beschließen die, ach komm, wir müssen hier mal einfach raus und wir ziehen in das Open House von meiner Tante. Weil die hat ein Haus, aber die wird da irgendwann ausziehen und aber jeden Sonntag oder so findet da ein Open House statt. Das ist immer so, dann können Leute da reingehen und sich das anschauen. Was mich raten, es gibt so Szenen, wo dann, keine Ahnung, man hört irgendwie Geräusche und dann geht sie, hallo, ist da jemand? Und dann denkt sie, das ist ein Geist. Dann ist das so, oh, ich bin hier für die Besichtigung. So in etwa spielt sich das Ganze ab. Auf jeden Fall ziehen die dann in dieses Open House, müssen dann auch mal tagsüber da raus, damit Leute sich das anschauen können und es passieren sehr seltsame Dinge. Und das ist es eigentlich auch schon. Das Problem ist an diesem Film, der hat keine Auflösung. Also er endet wirklich... Naja, pass auf. Riesige Spoilerwarnung. Ja, okay, wirklich. Der Film ist wirklich schlecht. Ich verrate jetzt das Ende. Ich werde es jetzt verraten. Ich sage aber auch, es ist auch eine Warnung in einem anderen Sinne. Ich möchte euch auch ein bisschen bewahren vor diesem Film. Die Auflösung ist, dass... Also die werden irgendwann... Stellt sich dann raus, dass das... Waren das nicht irgendwelche maskierten Leute, die dann... Die Leute dann da fesseln und misshandeln und was weiß ich nicht alles tun? Der Twist dieses Films steckt im Titel. Es wird einfach nur... Der große Reveal am Ende ist, dass das halt maskierte Leute sind, die zu verschiedenen Open Houses gehen und dann Leute foltern. Das ist boring. Ja. Es ist... Und dann wirklich... Es ist dieser große Reveal am Ende ist einfach, wie sie dann zum nächsten Open House gehen. Also der Trick ist einfach... Abschließen. Ja. Ein Closed House. Aber das habe ich tatsächlich auch gar nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also das, wie du mir das gerade das erste Mal erzählt hast, war ich so... Nee, weil du fragst dich halt die ganze Zeit, warum tun die das? Aber wer ist das auch? Genau. Wer ist das und warum tun die das? Und die Antwort ist, es sind einfach random Leute, die Sadisten sind und einfach Open Houses sind. Aber das wird ja nie so richtig erklärt, weil diese Leute werden noch nie gezeigt. Also du siehst immer nur irgendwie deren Handschuhe und deren Füße und sowas, aber mehr nicht. Also es hat auch die ganze Zeit irgendwie noch diesen Vibe, als ob es was Übernatürliches sein könnte, was ich tausendmal coole... Das stimmt. Ja, tausendmal coole gefunden hätte. Aber genau das ist die... ist eigentlich der Reveal am Ende, der Twist. Boah, ja gut. Aber ich danke für die Warnung, weil das... Nein, nein, danke. 90 Minuten, die du wirklich auf nichts wartest. Absolut. Ja, also wenn es irgendwie mysteriös wird, dann gucke ich mir vielleicht auch mal Trash an, aber das hört sich einfach nur nach einer ganz langweiligen Geschichte an. Waren das mehrere Leute oder war das ein Typ? Wie war das? Ich glaube, es war ein Typ. Ein Typ, ne? Ja, genau. Aber das ist halt der Reveal. Das ist einfach in... Das ist ein bisschen boring. Marius, hast du was Besseres gewonnen? Zur nächsten Hausbesichtigung geht. Gott. Achso, sorry, ich will noch gerade... Genau, Alper hatte dann noch einen Film für Lenny. Warte, warte, ich will noch gerade aber noch eine Lanze brechen für den Hauptdarsteller, nämlich Dylan Minnett. Okay, Entschuldigung. Und der hat nicht nur hier Dings gemacht, worüber haben wir eben geredet? 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Goosebumps. Genau, und Gänsehaut, sondern auch, der war in Prisoners offensichtlich. Oh, da hat er wahrscheinlich eines der Kinder gespielt, oder? Ja, gehe ich von aus. Und Let Me In, so finster die Nacht, ein toller Film. Und The Disaster Artist, sehe ich gerade. Don't Breathe, hat der nämlich auch mitgespielt, der ist mir auch reingefallen. Also, da sind einige äußerst starke Filme dabei. Und auch im 2022er Scream. Okay, gut, ja dann. Also, ne, 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 ne. Tut mir leid, Dylan Minnett. The Open House hat es gerade nur einfach so ein bisschen sehr runtergedrückt. Ja. Ja, willst du fortfahren, Marius, oder soll ich den Lenny-Film? Ich mach gleich. Okay, den Lenny-Film. Machen wir den Lenny-Film? Achso, nein, 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 ich darf nur noch... Nein, nein, wir machen Überraschung. Das ist ja so ein bisschen, ne? Okay. Was wird der Lenny-Film sein? Dann heben wir uns das für gleich auf. Das habe ich nochmal geguckt. Ich habe, ähm, die vorletzte Staffel von American Horror Story zu Ende geguckt, NYC. Ist es die Kim Kardashian-Schliffe? Nein, das ist, äh, das ist eine Folge, die sich tatsächlich um die, ähm, Äids-Epidemie dreht. Also, spielt in den 80ern. Und, ähm, tatsächlich wird hier, äh, werden, äh, sehr viele, äh, homosexuelle Leute in New York umgebracht von einem Muskeltyp, der so eine Ledermaske anzieht. Und es geht so ein bisschen darum, in dieser typischen American Horror Story, sehr viele kleine Handlungsstränge, und die hängen alle irgendwie zusammen, bisschen mysteriös. Ähm, aber eigentlich, das hat mich ganz überrascht, ähm, steht dieser Muskeltyp, der alle umbringt, der steht für das Aids-Virus. Mhm. Ähm, wie er sie alle hinrafft, und alle glauben das nicht und sowas. Ist das der große Twist, oder ist das direkt... Nee, das ist, es ist, ich fand eher, es geht eher um, um so die historische Einordnung, weil natürlich so ein bisschen, oh, das ist, das ist irgendwie Schwulenkrebs und sonst irgendwas kommt natürlich auf und keiner glaubt den Leuten, na, sie haben nur das und das, hey, warum sterben alle auf einmal an Immunschwäche und sowas. Ähm, ich finde, das war eher so, äh, zu erzählen. Was war dann auch schon traurig, muss man sagen. Also, es war, wie die Charaktere dann alle nach und nach gehen müssen. Eine emotionalere Staffel. Ja, durchaus, durchaus. Fand ich wieder besser, weil die davor fand ich, also 1984 fand ich ganz unterhaltsam, und das ist dieses typische, äh, wir sind in einem Camp und so ein bisschen Freitag der 13. trifft auf, äh, ein bisschen Nightmare on Elm Street und sowas. Ähm, das hier war relativ emotional und so ein bisschen eine künstlerische Aufarbeitung der, ähm, der Beginner der Aids-Epidemie. Deswegen fand ich das interessant. Jetzt ist die neue Staffel da, Delicate. Die ist schon raus? Die ist draußen. Delicate oder Dedicate? Delicate, Delicate. Delicate. Aber ich finde, Dedicate, also... Dedicate. Dedicate. Delicate, das wäre Jonas, der ist nicht hier. Ähm, zum ersten Mal basiert, äh, American Horror Story auf einem Buch, das aber auch schon 2023 ist rausgekommen, also relativ schnell. Ähm... Schnell. Ja. Es geht um, ähm, eine, eine Schauspielerin, die von Emma Roberts gespielt wird, die auch schon länger zum Cast gehört, und die, ähm, möchte gerne ein Kind kriegen, kann das mit ihrem Mann aber nicht, äh, vollziehen, deswegen künstliche Befruchtung. Und ich hab drei Folgen gesehen, und Kim Kardashian spielt ihre, ähm, Managerin. Die hat so einen total irischen Namen, nicht wahr? Und, äh, und, und, und... Da waren auch alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann Kim Kardashian diesen Namen? Corbin heißt es mir nach, normalerweise nicht, irgendwie, oh, irgendwas. Okay. Aber sie spielt tatsächlich eher so, naja, ist okay, aber... Naja. Sie ist Schottin. Kim aus meinem Haus. McGrath. Okay, okay. Oh. Ja, Gott. McRab. Okay, McMoney. McRib, stimmt, McRib. McRib war es. Ähm, ist, ähm, schön umgesetzt, was das Intro angeht wieder, weil es geht da natürlich um, um, um Frau, Selbstbestimmung, äh, wie den Uterus irgendwie, und wie das in der Gesellschaft wahrgenommen wird, mit künstlicher Befruchtung, natürlich auch politisch. Ähm, insgesamt hat es so Rosemary's Baby-Vibes. Okay. Ähm, auch dieses von wegen, äh, die Frau fühlt sich halt isoliert in ihrer Schwangerschaft, so von wegen, und irgendwelche Leute wollen Einfluss nehmen. Ich finde, das hatte ganz starke Rosemary's Baby-Vibes bisher. Ja. Ähm, weil es auch so ein bisschen um Satanismus auch geht, so. Bist du grad drin in der Staffel? Dritte, dritte Folge. Dritte Folge. Genau. Ähm, also, diese Vibes hat es, und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin nicht so hooked, dass ich sage, ich muss unbedingt weitergucken. Mhm. Ähm, sie wirkt sehr kühl, insgesamt alles. Okay. Das klingt sehr nach Rosemary's Baby. Ja, aber ich finde es generell immer sehr interessant, was Ryan Murphy dann doch irgendwie in seinen Werken so aufgreift. Weil ich meine, er ist ja auch nur mal eine, ähm, eine queere Person und interessiert sich auch generell für diese Themen und setzt sich da auch so ein. Und ich finde es dann immer so ganz, ganz interessant, ähm, weil, ich meine, er hat ja auch damals Glee gemacht. Ähm, das ist so ein bisschen auch, ein bisschen aus der Zeit gefallen und was er dann irgendwie doch irgendwie immer noch in American Horror Story aufgreift. Finde ich vor allem gerade diese, diese Staffel mit der Aids-Krise. Mhm. Ähm, bin ein bisschen hooked. Mich hat das so ein bisschen, also gerade die vorletzte Staffel, das hat mich irgendwie an Maxine erinnert, als du das so erklärt hast. Mit New York in den 80ern. Ich meine, es spielt in L.A., Maxine. Ähm, ja, aber vielleicht auch nur deswegen, weil ich den vor kurzem gesehen habe, weil ich war auch sehr überrascht, dass, äh, äh, Scorsese hat sowohl Maxine als auch Pearl in dieser Liste der 84 Filme, die man gesehen hat. Das ist so krass. Ich frag mich, warum? Also aus all den Filmen. Ich hab Pearl gesehen, nachdem ihr alle gesagt habt, ihr findet den okay bis gut. Ich fand den überragend. Überragend? Ich fand den, ich fand, ich hatte so einen Spaß mit dem Film. Ich hab, ich bin seitdem, ich bin da für kurze Zeit in den Mia Goff-Fanclub mit rein. Ich fand Pearl richtig stark. Ihre Leistung, ihr Monolog in Pearl, ist großartig, aber ich fand, ah, nee, es ist, ich, nee. Ich hab mich sehr aufzubilden ausgelassen. Ich geh bei euch so ein bisschen in die extreme Richtung, weil ich fand Pearl, glaub ich, viel besser als ihr. Und ich glaube, ich fand aber Maxine schlechter als ihr. Nein, ich glaub, ich fand Maxine schlechter als du sogar. Ich hab nämlich gesehen, du hast ihm so drei Sterne gegeben, ich hab ihm zweieinhalb Sterne gegeben. Ja, aber ich war auch eher bei zweieinhalb. Weil ich fand, Maxine hat sich so, boah, der ging mir auch irgendwann auf die Nerven. Ja, mir auch. Weil vor allem dann, der letzte Akt ist wirklich ... Der ist nicht gut. Das ist so ... Du fragst dich ja auch, wo kommt das jetzt her? Wo kommt das jetzt plötzlich her? Das ist sehr unbefriedigend, alles aufgelöst. Hast du mir das nicht noch in Erinnerung gerufen, dass das am Ende von X so ein bisschen aufgebaut wird? Ja. Aber trotzdem, es kam auch für mich gefühlt aus dem Nichts. Wirkt es. Aber ich find trotzdem immer noch, X hab ich ja auch damals immer so als alleinstehendes Werk betrachtet und auch niemals, ich glaub, niemand hat ja so richtig gedacht, dass es vielleicht so eine Trilogie werden könnte. Und deswegen, find ich, wirkt es dann doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber ... Ja, aber ich, also, ich, ich, ich liebe Paul. Ich find Paul super. Paul find ich auch, jetzt im Nachhinein, wo ich noch mal drüber nachdenk, auf ... Also, ich find Maxine den schlechtesten Teil. Ja. Stimm ich zu. Was? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Maxine? Ja. Ich hab mich richtig auf Maxine gefreut halt so. Ja. Oh je. Ich find Maxine auch am schwächsten von allen. Obwohl der eigentlich den krassesten Cast hat und Kevin Bacon wirklich wahnsinnig witzig ist auch. Ja, und diese 80s-Vibes machen auch gerade zu Beginn wirklich großen Spaß. Das klingt jetzt alles wieder negativer, als ich's wirklich meine. Aber, ja, also, oh mein Gott, nein. Also, das Setting und Schauspiel und alles ist wirklich super, aber ich glaube, ich hab mich einfach satt gesehen jetzt da dran und, ähm ... Ja. Hättest du wirklich nicht für mich gebraucht. Ja. Mich für mich auch nicht, ja. Mich hat trotzdem gewundert, dass zweimal Ty West aus all den Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, Maxine Assisi die beiden Filme gewählt hat. Das ist schon ... Das ist weird. Das ist schon spannend, ja. Midsommar ist noch, glaube ich, eins von den neueren Werken drin sind. Sehr gut. Wobei ich halt Hereditary ... Ich find Midsommar großartig. Ja. Ich nicht. Ich find die von uns am besten, genau. Aber Hereditary zum Beispiel ist immer eine Stufe drüber, finde ich. Na, weiß ich nicht. Ich bin ja immer eine kleine Midsommar-Verteidiger. Ich liebe Hereditary. Midsommar von der Stimmung her. Aber beides, egal wie man in Midsommar findet, ich find's beides meilenweit über Pearl. Ja. Und X. Ja. Ich bin ja Team Bo is Afraid. Ich hab den ... Das sind diese drei Filme von Ari Aster, dem Regisseur. Ich hab Bo is Afraid immer noch nicht gesehen. Und ich trau mich irgendwie nicht, den zu gucken. Der gesamte Film ist letztendlich ein Dick-Joke. Nein, 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 nein. Doch, doch, ist schon wahr, kann man so sagen. Es ist die Darstellung von diversen psychischen Erkrankungen und Problemen in einem Cronenberg-eskem Albtraum. Oh, das klingt fantastisch, aber auch sehr triggert. Das Ende ist so ein bisschen, da brauchst du selbst Fleisch. Also, er ist nur drei Stunden lang. Drei Stunden lang, ja. Aber ich find, die merkst du auch. Aber es hat was. Also, ich weiß nicht, ob ich mich noch mal hinsetzen würde, noch mal zu sehen. Für die Anfangsszene, weil ich find das Worldbuilding in den ersten zehn Minuten ist ... Wow, das ist geil. Davon würd ich mehr sehen. Aber das verlässt einen dann auch einfach. Es ist ein bisschen episodenartig. Es ist ein psychischer Roadtrip. Ja, ja. Kann man so sagen. Ja, ich hatte auch diesen Moment, als ich ins Kino gegangen bin, ich hatte quasi die freie Wahl zwischen Maxine und Kinds of Kindness, dem neuen Film von Jorgos Lantimos, der in drei Episoden erzählt wird und aber auch fast drei Stunden lang ist. Irgendwie zwei Stunden 40 oder 50 oder so. Also, drei Stunden echt schon, merkt man. Das ist, ja. Und da hab ich mich auch tatsächlich für Maxine dann eher entschieden. Weil das ein kurzweiliger Vergnügen, glaub ich, ist auf jeden Fall. Ja, ich hatte da an dem Abend auch irgendwie mehr Bock drauf. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ich hatte aber auch so einen Abend. Soll ich das jetzt auflösen mit dem Film? Oder wolltest du noch was sagen? Kannst du machen. Ich hätte auch gleich noch ein, zwei Filme, aber machen wir zuerst noch eins. Ja, das ist auch ganz schnell abgehandelt. Ich hab einen Film gesehen, da war ich auch in so einer ... Ich war in der Stimmung dazu, einen Film zu sehen, den ich schon mal gesehen habe, der mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Ich wollte einfach in so eine Kuscheldecke hinein und wollte eigentlich Ponyo anmachen von Hayao Miyazaki. Und habe mich aber so in der allerletzten Sekunde umentschieden und ein zweites Mal in meinem Leben Porco Rosso gesehen. Sehr gut. Porco Rosso dreht sich um einen ... Also, es spielt inmitten des Zweiten Weltkriegs in Italien. Wie so viele Filme. Wie so viele Filme. Und es ... Porco Rosso dreht sich gemäß seines Titels um einen Mann, der in ein Schwein verwandelt worden ist. Was natürlich auch ein großes Mysterium ist, weil er in dieser gesamten Welt das einzige tierische Wesen ist. Ähm, ansonsten sind das alles Menschen. Und, ähm, er ist ein ... An der Mittelmeerküste lebt er und jagt in seinem Segelflugzeug ... Es ist kein Segelflugzeug, es ist ein ... Wie heißen diese Flugzeuge, die auch im Wasser landen können? In seinem Wasserflugzeug. Ja, Wasserflugzeug. Ja. Ähm, jagt er so Luftpiraten. Als Schwein. Als Schwein, ja. Als Schwein? Als Schwein. Also, es ist so ein ... Wie heißt das? Andropomorphischwein. Also, er ist ein Mensch, der läuft schon auf zwei Beinen. Ach so, okay. Ich dachte ... Was denn? Ich dachte, er war wirklich so ... Nein, er ist kein ... Rensch und Rudi Rüssel. Nein, nein, nein. Er geht schon auf zwei Beinen, hat sonst eher einen menschlichen Körper, aber halt so ein Schweinsgesicht und so, ne? Äh, und, genau. Und jagt ... Weil das ist ein Riesenproblem da in dieser Welt, dass Luftpiraten halt alle die ganze Zeit ... Ich hab mal du. Ja, so ähnlich. Ähm, und er wehrt sich gegen diese Luftpiraten und hat auch im Ersten Weltkrieg mitgekämpft. Geht als absolutes Fliegerass und wird auch versucht, ins Militär zurückgebracht zu werden. Und ist so eine regionale Berühmtheit dort. Und er bringt eins der besten Filmzitate, die ich je gehört habe, als er quasi von einem ehemaligen Kameraden, der ihn dann zurück zur italienischen Luftwaffe holen will, sagt er ... Lass mich raten. Oink, oink. Nein. Er sagt, da bin ich lieber ein Schwein, als ein Faschist zu werden. Oh. Und das fand ich so stark. Das hab ich so richtig gelacht und hat mich gut gefühlt. Es ist ein wirklich wunderschöner Film. Der sieht so toll aus. Die Action-Szenen machen so einen Spaß. Ähm ... Irgendwann ist sein Flugzeug komplett kaputt und er muss nach ... fährt in irgendeine italienische Stadt. Ich glaube, es war Mailand. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich mein auch, wenn es Mailand ist. Und er ... Was denn? Das ist ja ein Animationsfilm. Ach so. Ach so. Ja, stimmt. Studio Ghibli. Ja, ja, Studio Ghibli. Klar. Hast du gedacht, das ist so ein CGI-Stand? Ich hab die ganze Zeit. Der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wow. Aber ich hab ihn ... Jetzt hab ich ihn auch vor Augen tatsächlich. Ja, was ist das Jahr? 92. 92, genau. Ja, aber jetzt hab ich ihn auch vor Augen. Ja. Schon mal gesehen. Die Sache ist, und jetzt wollte ich zu meiner Kritik kommen. Der ist in den ... Also, der ist ... Nochmal. Er fliegt nach Mailand mit seinem sehr kaputten Flugzeug und muss es da reparieren lassen. Und trifft dabei auf die Enkeltochter seines Mechanikers. Und die ist erst 16 oder 17. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Und er ist halt so ein Mit-40er, End-40er-Mann. Äh ... Und diese 16- oder 17-jährige bin mir gar nicht mehr. Er wird schon wirklich durch die Bank die ganze Zeit weg sexualisiert. Das ist sauwitzig. Aber es ist ... Also, wie ... Sorry, dass ich witzig gesagt habe. Aber das ist wirklich ... Es ist schon heftig. Es ist absurd, wie oft dann über ihre Hüften gesprochen wird. Über ihren Körper und so weiter. Während sie sich aber halt als richtig krasse, toughe Mechanikerin da durchsetzt. Soll jetzt überhaupt keine Kritik an Hayaomi Yasakis Film sein. Es ist sicherlich nicht gut gealtert. Aber ich fand diesen Film bezaubernd. Er macht eine Menge Spaß. Ich ... ähm ... Ich war ja auch noch dieses Jahr in Italien. Und dieses ... Italien-Feeling kommt ... Dieses Italien-Feeling kommt einfach so zu 100 Prozent auf. Und ich find den Film bezaubernd. Und kann den wirklich draußen auch nur jedem empfehlen. Den sollte man ... Das ist so, wenn man über Hayao Miyazaki spricht, spricht man immer über Prinzessin Mononoke, über Ponyo, über mein Nachbar Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland. Porco Rosso, finde ich, ist immer so sehr im Schatten der anderen Filme. Das find ich auch. Und das find ich zu Unrecht. Weil ich hab den auch zwar nur einmal gesehen, und das ist auch bestimmt schon über zehn Jahre her. Aber ich hab den auch in so einem guten ... Einfach noch in so guter Erinnerung. Und ich will den auch jetzt echt noch mal gucken. Ja. Fun Fact. Fun Fact. Schaut mal hier. Das ist das Studio von Miyazaki. Sein eigenes. Das heißt ... Einblenden. Also es ist so eine Hütte und da steht so ein 2-CV vor. Und es ist das Schweinehaus. Schön. Ja. Das freut mich. Nee, wirklich, Porco Rosso ist ein toller Film. Möchte ich allen empfehlen. Ich finde allerdings auch nicht, dass es der beste Miyazaki ist. Also da gibt's ... Für dich immer noch Prinzessin Mononoke? Nee. Ich würd sagen wirklich, Chihiros Reise ins Zauberland ist meiner Meinung nach mein Lieblings-Miyazaki. Das ist der, der mich am meisten verzaubert hat. Kann ich sehr gut verstehen. Würde ich sagen. Es ist kein Hot-Take. Das ist eine sehr populäre Meinung. Nee, nee, nee. Aber ich ... Ja. Aber ich ... Mir fehlen tatsächlich noch so ein, zwei Miyazaki-Filme, die ich, glaub ich, noch nicht gesehen habe. Aber ich hab auch sehr, sehr viele gesehen und mag zum Beispiel auch den Lupin-Film. Oh ja. Einer der ersten Filme, den ihr gemeint habt. Genau. Der ist fantastisch. Hat die beste Autoverfolgungsjagd, die es gibt auf Filmen. Klar. Die Porco Rosso, unbedingt gucken. Ganz große Empfehlung. Ich hab noch zwei Filme, die ich gesehen habe, wovon einer okay ist und der andere Grütze. Fangen wir an mit dem, der okay ist. Der ist letzte Woche erschienen, nämlich Fly Me To The Moon, im Deutschen To The Moon. Oh. Channing Tatum und Scarlett Johansson. Vorabfrage. Wird Fly Me To The Moon von Frank Sinatra gespielt? Es wird nicht gespielt, aber Woody Harrelson singt es. Ist ja noch besser eigentlich. Ja, es ist noch besser. Und der Film hat halt so ein sehr alternatives Szenario für die Mondlandung, wo es darum geht, diese Mondlandung zu vermarkten. Und es gibt so eine Marketingfrau, die von Scarlett Johansson gespielt wird. Weil sich niemand für die Mondlandung interessiert. Ja, sie will noch mehr Geld in die NASA pumpen. Und einer von der Regierung, nämlich Woody Harrelson, kommt zu ihr und sagt, du bist die beste Marketingfrau, die es auf dieser Welt gibt. Du hast eine Gabel. Du gehst zur NASA. Und dann wird halt so diese bisschen alternative Geschichte erzählt, wie sie praktisch so viel Geld und Aufmerksamkeit in die Mondlandung bekommen hat. Und dieser Film ist okay. Es spielt sich eine Romanze ab zwischen Channing Tatum und Scarlett Johansson, die echt halbwegs glaubbar ist. Und der Film hat das einzig Gute an diesem Film ist wirklich Jim Rash. Jim Rash kennt man als den Dean aus Community. Ah! Der ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich liebe diesen Mann so sehr. Der ist auch in Community wahnsinnig witzig. Der ist wirklich so unfassbar witzig. Und er spielt hier einen Regisseur, der die Mondlandung inszenieren soll. Also die Version, die ausgestrahlt wird, wenn die Live-Übertragung abbrechen sollte. Okay, aber das spielt ja so komplett mit diesem Verschwörungsmythos von wegen, die Mondlandung wurde gefakt. Ja, es wird halt so damit erklärt, wir brauchen ein Backup, falls die Live-Übertragung nicht funktioniert. Und dann wird die ganze Zeit noch... Channing Tatum ist natürlich so ein eingefleischter NASA-Mitarbeiter, der dann so ist. Nein, das können wir nicht machen. Wir können die Leute nicht anlügen. Ich muss damit an die Öffentlichkeit. Und es ist so sehr viel... Wirklich, er bezieht keine richtige Position. Und das ist am Ende des Tages echt so ein bisschen traurig. Und ich frage mich auch, braucht es wirklich den tausendsten Mondlandung-Film wirklich? Also wenn da nochmal Spannung aufgebaut wird, schaffen die es wirklich auf dem Mond zu landen? Da bin ich so, ey, ganz ehrlich, Leute... Also meine Frage wäre, kommt die Crew der Apollo 11 vor? Also Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins? Die kommen vor. Die kommen vor. Von wem werden die denn gespielt? Das ist ja eigentlich... Von nichts sagenden Leuten. Also die kommen auch nur mal kurz am Rande vor. Nur mal am Rande. Ja, so. Okay. Und dafür gab es ja auch diesen Film First Man mit Ryan Gosling, der von... Damon Chazelle. Genau, Damon Chazelle. Der der bessere Film auf jeden Fall ist, wenn man sich wirklich für die Mondlandung auch interessiert. Weil hier kriegt man eher so Semi-Informationen darüber. Aber... Ja. Ich sag dir mal was. Ich interessiere mich sehr für die Mondlandung allgemein, für die Raumfahrt. So ein kleines Hobby von mir, so ein bisschen. Und ich habe First Man immer noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, warum ich mir den noch aufhebe. Also ich muss es einfach endlich mal machen. Ich hab eigentlich tierisch Bock auf den Film. Mach das mal. Aber es geht auch sehr viel um Neil Armstrong. Es ist eher so wirklich eine persönliche Geschichte auch. Es geht selten um so technische Komponenten oder wissenschaftliche Komponenten leider. Wobei es geht auch so um seine ersten Flugversuche. Die sind schon doch sehr interessant und echt eindringlich inszeniert. Ja. So. Ja, deswegen, also Fly Me To The Moon To The Moon ist so ein typischer Ronny-Kandidat. Kommen in First Man denn die anderen beiden zu kurz? Ich glaube schon. Also es ist schon sehr Neil Armstrong fokussiert. Das finde ich wiederum schade. Ja. Okay. Aber es ist halt so, glaube ich, wirklich ein Biopic über Neil Armstrong. Und ich habe den auch nur damals, als er rausgekommen ist, einmal geschaut und dann nicht mehr. Ähm, so ähnlich, wie ich es mit Spieleabend gemacht habe. Dem neuen ... Ganz kurz, ist To The Moon ein Ronny-Kandidat? To The Moon ist ein krasser Ronny-Kandidat. Ich würde sagen, es ist so ... Seitdem ich diesen Film mitbekommen habe, in meinem Kopf ging so ... Hat's Ronny geschrieben die ganze Zeit. Es schreit wirklich die ganze Zeit Ronny. Es ist wirklich so ... Ich finde, es ist wirklich der perfekte Ronny-Kandidat. Das ist so sehr okay. Das ganze Genre, also so ... Mond-Landungsfilme. Ja. Vielleicht Ronny's. Wusstest du ... Du hast ja eben die Frage nach Frank Sinatra gestellt. Wusstest du, dass der Film im Original Fly Me To The Moon heißt? Ja. Das ist auch wirklich so ... Wo, warum? Das ist mal wieder wahrscheinlich irgendeine rechtliche Frage. Oder halt wirklich, weil ... To The Moon klingt cooler. Weil dieses Fly Me zu kompliziert ist für die Deutschen. Genau. Was ist das? Was heißt das, bitte? Ich muss direkt mal in meinem ... Ich würde dir noch einen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Schau mal, Fly Rocket Fly. Hab ich ... Doch, der deutsche Raumfahrtsfilm. Das ist eine Doku über deutsche Raketen. Über dieses deutsche Raumfahrtsunternehmen. Genau. Ich hab den nicht gesehen, aber ich kenn dieses Unternehmen. Ich hab den im Kino gesehen, aber das ist großartig. Kleines deutsches Unternehmen, was irgendwie Raketen bauen wollte. Und dann so ein bisschen im Kalten Krieg so fing, was machen sie hier? Und haben dann komplett in irgendeinem afrikanischen Land ein riesiges Gebiet geholt und da Raketenstarts gemacht. Krass. Weil der Präsident des Landes gesagt hat, ja, cool, Raketen. Krass. Ein Film, der auch bei mir noch auf der ewigen To-Watch-List steht, ist Destination Moon. Das ist ein Mondlandungsfilm, allerdings aus dem Jahr 1950. Der so auch als supertechnisch und wissenschaftlich gilt. Als vorausschauend. Ich hab den allerdings, wie gesagt, noch nicht gesehen. Basiert auf einem Roman von Robert A. Heinlein. Okay. Das ist ja ein sehr berühmter Science-Fiction-Schriftsteller. Der zum Beispiel ... Was hat der noch mal gemacht? Der hat ... Es gibt diesen ... Starship Troopers ist von dem, genau. Deswegen, den muss ich auch noch mal gucken. Okay, interessant. Weil ich muss sagen, einen der Klassiker hab ich nie gesehen, nämlich Apollo 13. Oh, ja, unbedingt musst du den sehen. Das ist einer der stärkeren Ron-Howard-Filme? Definitiv. Ja, das ist der Ron-Howard-Film. Das ist der Ron-Howard-Film. Okay. Habt ihr Space Cowboys gesehen? Ja, hab ich. Ah, der mit Clint Eastwood? Ja. Ich mag den. Ich mag den. Ich find den Herz. Damals waren die schon alten, jetzt sind die immer noch. Ich find den Herz sehr wärmer. Habt ihr Armageddon gesehen? Oh, ich hasse Armageddon. Ja, Armageddon ist so. Sehr gut. Aber ein Film, der in die gleiche Qualitätsrichtung wie Armageddon fällt, ist wirklich Spieleabend auf Netflix. Das ist ein Netflix-Original aus Deutschland, wo man denken könnte, was wir auch alle anfangs gedacht haben, ist das jetzt einfach nur ein Remake von dem wahnsinnig fantastischen Film Game Night aus den USA. Eine richtig gute Komödie. Also wirklich unfassbar witzig. Game Night ist so ein Phänomen, find ich, in der Zeit. Es gibt so wenige gute Komödien aktuell, die als reine Komödien rauskommen. Und Game Night macht einfach alles richtig. Wirklich. Es gibt da einen Gag bezüglich Glastation, der unfassbar gut platziert ist und richtig witzig. Ich liebe auch Jesse Plemons in dem Film. Es ist so gut. Der spielt den Nachbarn, der, glaub ich, Polizist ist. Ja, genau. Mit diesem Hund auch noch. Genau. Sauwitzige Figur. Jason Bateman spielt mit. Ja. Und wie heißt sie nochmal? Mir fällt grad nur der Name nicht ein. Ähm, 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 oh Gott. Rachel McAdams. Ja, genau. Rachel McAdams. Und das ist wirklich ein fantastischer Film, der komplett leider unter dem Radar gelaufen ist. Absolut. Sehr große Empfehlung. Game Night. Aber ich vermute, dass Spieleabend nicht ganz so gut ist. Spieleabend kommt da nicht ganz so dran. Es ist ein Film, in dem es um den guten Jan geht. Und der lernt die Pia kennen und die verlieben sich. Und dann nimmt die Pia den Jan mit so einem wöchentlichen Spieleabend, den sie mit ihren Freundinnen hat. Und, ähm. Was spielen sie? Gloomhaven? Star Wars Rebellion? Nein. Nemesis? Ne, natürlich nicht. Die spielen natürlich, ähm. Also Partyspielchen. Ja, also Monopoly wird da natürlich auch. Activity. Und die ziehen das so auf, als ob die die krassesten Spieler überhaupt sind. Nerds wären, ne? Und da hab ich auch an dich gedacht, weil du bist ja sehr krass in Brettspielen drin. Da hab ich mir gedacht, ich glaub für dich wäre das die größte Pain, diesen Film zu schauen überhaupt. Ne, also ich find nämlich, dass Game Night so wahnsinnig respektvoll mit dem Hobby des Spielens und Brettspielens und Spieleabenden umgeht. Ähm. Und da auch tief drinsteckt. Also ich hatte immer das Gefühl, hier sind immer wieder so kleine Anspielungen drin. So Leute, die ganz offensichtlich irgendwie ein Brettspiel- oder Pen-and-Paper-Hobbys haben, die diesen Film gemacht haben, nämlich Game Night. Und dann hab ich den Trailer von Spielerabend gesehen. Und die ganze Art und Weise und wie der Tisch aufgebaut wurde, wie die damit gespielt haben und welche Spiele sie gespielt haben, dachte ich mir halt so, ja okay, das ist dann halt die deutsche Version davon. Also das ist auch wirklich, das ist so meilenweit davon entfernt. Ja, es ist wirklich schlimm, weil es geht dann nur um diesen Spielerabend, der dann aus dem Ruder läuft, weil Jan irgendwie mit diesem Freundeskreis nicht ganz klarkommt. Und dann kommt natürlich auch noch, der Ex ist auch noch zum Spielerabend eingeladen. Natürlich! Und dann ist das Ganze so ein bisschen schwierig. Und währenddessen ist Eden Hasanovic auch noch irgendwie dümpelt da im Hintergrund rum, weil Jan hat auszusehen, das ist so ein richtig reiches Anwesen, wo die diesen Spielerabend haben. Und er ist auszusehen in einen Raum reingegangen, wo ein Papagei drin ist. Also das ist ein extra Papageienraum von dem Typen, wo sie zu Gast sind, der gespielt wird von Axel Stein. Und Axel Stein hatte halt diesen Papagei, der ihm alles bedeutet. Und er hat diesen Papageien Helmut Kohl genannt. Wo ich so war, okay, das ist der einzig gute Geige in diesem Film. Und auszusehen lässt Jan diese Tür auf und der Papagei fliegt draußen rum. Und während er diesen Spielerabend hat, hat er Eden Hasanovic seinen Freund angerufen, damit er diesen Papagei fangt. Und das ist so wahnsinnig. Klamaukisch, ja. Genau, sehr klamaukisch. Und dann, eins muss ich diesem Film anrechnen, er macht sich nicht über Minderheiten lustig. Und das ist für eine deutsche Komödie ... Das ist rar. Das ist wirklich sehr rar. Aber dafür gibt es diesen Moment, wo Axel Stein seiner wahren Passion, nämlich dem Live-Action-Rollplay, nachgehen möchte. Und darüber wird sich natürlich lustig gemacht. Über Larpen. Ja, über Larpen. Wie? Ja, weil Axel Stein natürlich in einem sehr lächerlichen Outfit dann dasteht. Und dann alle machen sich darüber lustig. Aber das ist ja doch irgendwie dann vielleicht auch Game Night. Weil bei so einem anfänglichen Gag in Game Night ist das Spiel auch aufgebaut. Ähm ... Die Leute sind sich nicht ganz sicher, ob sie nicht immer noch in dem Spiel stecken. Ja, aber das ... Ja, nee, so metamäßig wird das nicht. Nein, okay. Es ist wirklich so ... Nee, also, der Film ist echt ... Schaut ihn euch nicht an. Nee, das hört sich richtig hassenswert schon an. Es ist wirklich ... Oh, das ist so ausgelutscht, weißt du, wie dieser RTL-Beitrag ... Ich bin nächste Woche nicht im Podcast. Da ist Xenia wieder da. Aber ich glaube, darauf die Woche ... Soll ich den gucken bis dahin? Es wär schon ... Ja, bitte. Weil ich würd gerne wissen, was du zu diesem Film sagst. Nämlich ab und zu hat man ja das Bedürfnis, mal ein Hatewatch zu machen. Und ich mein, die Ecke leitet es um. Das heißt, ich brauch den nächsten Hatewatch. Ja, ich glaube wirklich, dass du den wirklich noch mal schlimmer findest als ich. Spieleabend. Kann es sein, dass deutsche Filme einfach immer dieses Kammerspielartige aufziehen wollen, so verkapptes Theater. Ah, hier der Vorname und sowas gab's ja auch. Wobei das ja auch nur ein Remake ist. Ja, also, lasst uns irgendwie immer an einem Tisch sitzen und die Leute haben Probleme, weil sie so unterschiedlich sind und wir lassen uns ein paar Griechees erfüllen. Boah, deutscher Film kotzt mich grad. In diesem Moment richtig ... Ja, ja. Und es ist halt, als du gesagt hast, natürlich kommt der Ex, dachte ich mir auch so, ja ... Wer überrascht das. Selbstverständlich. Und das find ich so schade, weil Daniel Brühl hat zum Beispiel auch ein Regiedebüt jetzt gehabt, nebenan. Und das war auch wieder ein Kammerspiel. Also, ich find wirklich ... Kammerspiele können großartig sein. Ja, natürlich, absolut. Nebenan soll das super sein. Nebenan war okay. Ja. Ich fand den okay. Okay. Gesehen. Daniel Brühl spielt in Spieleabend mit? Nein, nein, um Gottes willen. Nein, nein. Ich wollte jetzt nur mein Beispiel sagen, dass wenn immer was Prestigeträchtiges kommt, dass es dann auch eher so in die Kammerspielrichtung geht. Wer spielt denn so mit in Spieleabend? In Spieleabend spielt Axel Stein mit Eden Hasanovic, Dennis Moyen, Janina Use, äh ... Kein Christoph Maria Herbst, das kann nicht sein. Nein. Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Es gibt auch noch deutsche Filme ohne Christoph Maria Herbst. Das glaub ich nicht. Ja. Aber handwerklich ist dieser Film okay. Also, er lässt sich wirklich okay angucken, ist kein totaler Reihenfall wie Manta, Manta, 2.0. Das ist wirklich so. Das ist so schwer. Aber ich mein, der Regisseur Marco Petry hat auch 2007 pro 7 Funny Movie eine wie keiner gemacht. Ach, der Prosieben-Funny-Movie. Nein, das ist nur ... Sorry, ich sollte gar nicht despektieren. Und Doktorspiele und Heiter bis Wolkig. Also ... Doktorspiele, Heiter bis Wolkig. Und den Film Poppen. Ah! Ja. Habe ich alle nicht gesehen. Tut mir leid. Das ist so Prosieben-Direktproduktion? Ja. Also, der Prosieben-Funny-Movie auf jeden Fall. Aber, ähm ... Ja. Eieiei. Ja. Nee, Spieleabend werde ich dann gucken bis in zwei Wochen. Ich verspreche es hiermit. Ey, wir haben das drinnen denken. Die schlechtesten deutschen Komödien. Darum kommen wir vielleicht. Teil zwei. Teil zwei. Klingt nicht so, als wäre der ... Nein, Spieleabend ist bei weitem nicht. Warte doch noch mal drei Jahre. Dann kommen wir noch mal mit 20 schlechten. Ja, das können wir ... Leider kann man diese Liste. Dann sind wir so drei Jahre warten. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. 2025 ist noch mal 20 schlechte deutsche Komödien aus diesem Jahr. Wie, ähm ... Wo ist der Film zu sehen? Auf Netflix. Auf Netflix. Ach, wie schön. Oh Gott, warum hab ich mir das? Aufgeheizt! Aber ich mach's. Ich mach's bis Wochen. Sehr gut, ich bin gespannt. Ähm ... Dann lass uns doch noch mal schnell über ... Die Starts der Woche. Die Starts der Woche reden. Was kommt denn noch? Let's do it. Wir haben den Film ... Wir haben Twister gespielt. Wir haben Twister gespielt. Ja, eigentlich können wir ... Den ersten Film können wir auch schon direkt abhaken, indem ihr auf unsere Kritik noch mal klickt. Wir haben nämlich den Film Twisters besprochen. Bzw. Alp hat es gemacht. Und ich habe mit Twister gespielt. Ja, die Kritik können wir nur empfehlen. Ja. Ähm ... Aber meine Frage ... Also, zumindest das will ich fragen. Ich hab mich ja so ein bisschen stark gemacht im Film. Also, nur so ein ganz kleines bisschen. Ähm ... Ich hab dem Film auch sehr viel angerechnet. Ähm ... Wie seht ihr das denn? Teilt ihr die Meinung? Seht ihr den ... Findet ihr den deutlich schlechter als ich? Ich glaub, Marius war eher negativ gestimmt. Ich fand ihn wirklich furchtbar. Auch hier, ähm ... Wir haben ihn ja alle im Kino gesehen. Und ich dachte halt, ey, jetzt kommt hier ein Film mit Wind. Mit Wind. Also, mach mal mit Sturm. Jetzt werden mir die krassen Soundeffekte um die Ohren gehauen. Nee, war überhaupt nicht so. Ich finde, das Potenzial des Sturms wurde total verschränkt. Auch der Sturm als Antagonist war so ein bisschen ... Underwhelming. Ja, so ein Fähnchen im Wind. Es war so ein bisschen so die ... Ähm ... Also, was du gesagt hast in der Kritik und nach dem Film, ich hab nur übernachgedacht, ich kann's so nachvollziehen, dass die American Angst ist und dieses, wir müssen was kontrollieren und so was. Dass, äh, der American Ways ein bisschen verloren geht. Also, dass eigentlich alles nur eine Riesenmetapher sein könnte. Mhm. Aber dennoch, boah ... Ähm ... Ich hab überhaupt keine Beziehung zu irgendwem in diesem Film aufbauen können. Es war mir kackegal, wer da stirbt. Es sterben auch viel zu wenig Leute tatsächlich. Ähm ... Es gibt einfach nur sehr dumme Leute, die am Rand vorkommen, die dann sterben. Ähm ... Die Effekte waren teilweise nicht schön. Ähm ... Ich konnte diesen Film so ... Ich konnte seine Weite irgendwie nicht führen. Also, ich konnte es nicht einordnen. Wo sind die jetzt? Wie weit sind die Gefahren und so was? Also, es war schwer einzuordnen. Und generell hat mich der Film noch sehr enttäuscht. Ja. Also ... Ja. Fand ich echt nicht gut. Ja. Lass dich so im Raum stehen, will dich gar nicht gegen. Hab ich teilweise in der Kritik. Ähm ... Aber wir waren auf jeden Fall ... Ich war sehr überrascht auch nach dem Film. Wir waren sehr unterschiedlicher Meinung. Also, wir hatten auf der einen Seite zum Beispiel eher Xenia und dich. Xenia ist auch sehr negativ. Äh ... Also, nicht sehr negativ. Die meinte auch, die findet den eher so mau. Ähm ... Ich war, glaub ich, am positivsten. Wie war das bei dir, Lenny? Ich find ... Ähm ... Ich hab mir jetzt mal ein paar Wortspiele mit Wind rausgesucht. Ähm ... Nachdem du ihn so gut vorgelegt hast mit Eskulay. Ja, genau. Hab ich mir gedacht, komm, muss ich jetzt mal in die Recherche gehen. Also, ich find, das ist so ein typischer Windbeutel. Ähm ... Für die Windhose. Ähm ... Und auch ein Fähnchen im Wind, könnte man durchaus sagen. Ja. Äh ... Nein, also, ich finde persönlich diesen Film besser als das Original-Twister. Ich weiß, alle regen sich darüber auf, dass ich den ersten Twister nicht mag. Ähm ... Aber ich mag ihn wirklich nicht. Ähm ... Du hast das nicht, äh ... Flaute und sowas grade über den Film benutzt als Wind-Wort. Flaute, ja. Mann, jetzt hör doch auf. Ja, ich bin heut nicht on fire, ist okay. Eine milde Brise in der Kinolandschaft. Ja, ist doch okay. Also, ja, ich bin im Windkanal und lass mich einfach komplett wegwehen. Ähm ... Aber ... Und ich hab nicht deinen Rückenwind. Nee, nein, stimmt. Nee, das ergibt gar keinen Sinn, dass ich deinen Rückenwind nicht habe. Okay. Du argumentierst gegen den Wind. Ja, okay. Gut, du kannst es besser als ich. Ähm ... Marvis ist im Team der Einzige der Redewendungen kann. Ja. Wir können das alle sonst nicht, find ich. Stimmt. Das ist wirklich ... das ist ganz, ganz schlimm. Aber was mich am meisten, glaub ich, an diesem Film gestört hat, ist so ein bisschen die Doppelmoral. Also, im Film wird sehr viel fürs Klima angepriesen. Also, wie Alper auch schon mal in der Kritik so gesagt hat, die sammeln ihren Müll auf. Also, es wird wirklich so on the nose gezeigt. Okay, das sind wirklich so Klima-Aktivistinnen eigentlich. Und dann schauen die sich ein Rodeo an. Also, wirklich so ein Pferderodeo. Und das ist so, find ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ich find's richtig wild, dass Lee Isaac Chung, der Minari gemacht hat, dann diesen Film gemacht hat. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich ... Davon merkt man nichts, muss man wirklich sagen. Das ist auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich stimme dir übrigens komplett zu, was diese Doppelmoral angeht. Weil das hab ich in dem Film auch gesehen, gespürt. Und, ja. Trotz, mich haben halt aber auch diese sehr emotionalen Momente, gerade in den Communities, haben mich auch komplett gekriegt. Also, das fand ich irgendwie sehr nachvollziehbar. Das Leid der Menschen auf dem Land, die tagtäglich mit so Hurricanes zu tun haben. Und irgendwie, das hat mich emotional sehr, sehr berührt. Ich find's ganz interessant, weil Desi Edgar-Jones und Paul Muskell haben ja beide in dieser Serie Normal People mitgespielt. Und die haben dann beide so sehr viele Indie-Sachen gemacht. Und die machen beide dieses Jahr wirklich so zwei große Blockbuster. Sie macht Twisters und er macht Gladiator 2. Und das fand ich so sehr interessant. Auf jeden Fall. Beides Fortsetzungen. Ja, beides Fortsetzungen von Filmen, die man nicht vielleicht gebraucht hätte. Ja. Ähm, ja. Ist denn Love Lies Bleeding ein Film, den man gebraucht hat? Ja, für diesen Film blute ich tatsächlich. Wo geht's? Es ist ein Film von Rose Glass. Und ihren Film Sand Maud kann ich ebenfalls empfehlen. In Love Lies Bleeding geht's jetzt um Kristen Stewart und Katie O'Brien. Katie O'Brien kennt man wahrscheinlich aus The Mandalorian. Mhm. Wer ist das denn? Ich kenn den Namen gar nicht. Ich guck mal nach parallel. Das fällt einem sicherlich sofort ins Auge, weil sie ist auch so Bodybuilderin. Ja. Und in Love Lies Bleeding spielt sie ebenfalls eine Bodybuilderin in den USA der 80er Jahre. Sie spielt Jackie und die ist auf dem Weg zu einem Bodybuilding-Wettbewerb in Las Vegas. Und auf dem Zwischenstopp verliebt sie sich in Lou. Sie arbeitet in einem Gym. Das Ganze klingt ziemlich romantisch, aber es wird schnell sehr, sehr blutig. Denn Jackie wird dann mit den kriminellen Machenschaften von Lous Familie konfrontiert. Und da möchte ich nicht zu viel verraten. Teil dieser Familie sind unter anderem Ed Harris und Dave Franco. Mhm. Und ja, das Ganze spitzt sich zu. Ist wirklich wie so ein Fiebertraum. Hat auch ein bisschen Cronenberg-eskes Bodyhorror-Material. What? Krass. Ja, und ... Katie O'Brien kennt man wirklich. Lea Cain in Mandalorian. Genau. Ja, ja. Also wirklich. Und vor allem, wenn man die Muskeln dann auch noch mal gesehen hat, dann ist man wirklich Respekt. Offizierin beim Imperium, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Boah, das ist wirklich lange her. Mir auch, ja. Ich glaube schon. Wenn ich so Mandalorian noch mal so da gesehen habe. Aber Lovelight's Building ist wirklich ein harter Film. Also der ist wirklich sehr, sehr brutal, sehr, sehr rau. Und auch wirklich sehr experimentell. Also es ist so nicht wirklich der typische Mainstream-Film. Wirklich spielt auch sehr viel mit Halluzinationen. Sehr viel mit Vorstellungskräften. Und auch so ein bisschen absurd wird das Ganze. Und wirklich, wirklich brutal. Also ... Festival-Hit der Film, ne? So ein richtiger Festival-Hit. War ja auch beim Fantasy-Filmfest. Habe ich den unter anderem auch schon gesehen. Habe ich verpasst. Und wirklich, ich muss sagen, Kristen Stewart zeigt auch echt noch mal, dass sie es so abseits von Twilight auch noch mal drauf hat. Ja, sie versucht auch, diesem Twilight-Klischee zu entfliehen. Greg Cliff, was der mit Harry Potter quasi ... Ja, aber ich finde, Daniel Radcliffe ist noch mal die krassere Richtung gegangen. Weil er ist wirklich so, ich mache wirklich nur noch Badshit-Crazy-Stuff. Und ... Ja. Und ich feiere es jedes Mal. Ja, ich auch. Deswegen. Also ich bin froh, dass Kristen Stewart diesen Weg geht. Und ich kann Love-Life-Speaking wirklich empfehlen. Also der ist ... Ich hatte gerade eine Video-Idee. Die verrücktesten Rollen von Daniel Radcliffe. Stimmt. Weil da kann man ein ganzes Video filmen. Das ist wirklich so. Und ich glaube, da kommt auch noch einiges. Also ich glaube, dieser Mann, der lässt nicht locker. Und ich finde es auch immer noch so krass, weil ... Ich glaube, wir reden in diesem Podcast so häufig über Daniel Radcliffe. Und ich finde auch immer, ich kann nicht häufig genug über Daniel Radcliffe reden. Ja, finde ich auch. Weil ich liebe diesen Mann. Ja. Und ich finde es auch toll, dass er wirklich dieser Kinderstar war. Und jetzt auch ... Ich habe das Gefühl, er ist nicht mehr so bekannt, auch wie früher. Ja, das stimmt. Aber er denkt sich so, nee, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Ich habe ausgedient. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht einfacher geworden ist, für Kinderstars da rauszukommen. Weil man inzwischen merkt, das ist alles nicht dieses traurige Macaulay Culkin-Ding. Mhm. Wo es dann so einen Downfall gab. Also klar, wird es immer noch geben. Aber irgendwie ... Der hat es geschafft. Ja, also ich glaube, er ist auch einfach besser damit umgegangen. Also natürlich könnte man jetzt auch direkt damit argumentieren. Er ist nicht so erfolgreich. Er kriegt auch, glaube ich, nicht die großen Angebote. Sondern er kriegt halt auch wirklich nur das, was er angeboten bekommt und auch annimmt. Aber ich glaube, er embracet das und denkt sich so, komm, ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Nur um das zu beweisen, ich persönlich finde ja die Al Jankovic-Story weird. Ach. Das ist so ein toller Film. Das ist wirklich ein richtig guter Film. Einer von diesen Musik-Biopics, die eher so in die Richtung Rocketman gehen. Die wirklich sehenswert ist. Wahnsinnig witzig. Nimmt sich zu keiner Sekunde ernst. Und es ist all das, was ein Al Jankovic-Film auch wirklich sein sollte. Und Daniel Radcliffe verkörpert das auch perfekt. Ja, perfekt. Aber auch mal kurz. Ich habe auch nachgeguckt. Daniel Radcliffe kann das auch einfach machen. Denn der Dude ist 110 Millionen US-Dollar schwer. Ja. Ich glaube, der kann sich das gönnen. Den juckt das nicht. Der braucht nicht den Riesen. Ich glaube, der nimmt auch einige Sachen und sagt, komm, dafür will ich nichts. Ja. Also wie ein ganzer Kimbo in Pantoffeln und zwei Waffen, die ihm an die Hände nehmen. Das ist so. Nählen sie wirklich an. Das ist wirklich so eine geile Idee. Das ist so. Der hat dann Waffen als Hände. Ich habe den Film gesehen. Kann mich nicht mehr erinnern. Pistolen als Hände? Wie war das? Die wurden ihm da so drangenäht. Genau. Es ist so fantastisch. Oder Swiss Army Man, wo er das Schweizer Taschenmesser spielt. Genau. Aber ich meine, Elijah Wood macht es ja auch ähnlich. Ja. Die wurden ja eh immer miteinander verglichen. Robert Pattinson ja ähnlich. Genau. Ja. Weil Robert Pattinson ja mittlerweile auch dann, glaube ich, die großen Dinger bekommt. Aber Elijah Wood hat auch ein paar Trashy gesehen. Ja, Elijah Wood hat auch. Daniel Radcliffe auch. Ja. Aber wir haben beide bei mir einen Stein im Schuh. Nee, Stein im Brett. Stein im Brett. Scheiße. Ich hatte heute Morgen einen Stein im Schuh. Oh, ja. Das ist nicht gut. Ja. Solange du keinen Stein im Schottenrock hast. Ja. Das stimmt. Aber ich will auf jeden Fall ... Machst du so nie einen Stein. Der mir rausfällt. Ich will auf jeden Fall Love, Life, Bleeding sehen. Vielleicht gucke ich ihn noch diese Woche im Kino. Ich will mir das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Der klingt wirklich fantastisch. Falls ihr euch nicht entgehen lassen wollt, was ich von Twisters finde, da hab ich meine Meinung weiter ausgeführt, und wir haben Twister gespielt, Lenny und ich, dann klickt mal hier an der Seite auf meine Kritik dazu oder hört euch mal wieder die wundervolle Funk-Kollegin Coldmirror an mit diversen Kack-Produktbeschreibungen, die äußerst witzig sind. Jedes Mal. Und haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Tschüss. Haben wir zu sagen. Tschüss. Ich geh zurück in mein Haus mit Grip.